Oh ne, falsche Szene. Erstmal hier hin. Hi! Lass mich noch einen Schluck Wasser trinken. Guten Tag. Na? Oh, ist angenehm heute. Viel besser als gestern. Gestern war es schlimm. Na? Einmal, ich muss ja Kabel-Chaos sortieren hier. Ich hab mein Mikrofon-Stuff neu verkabelt, warte. So, jetzt. Hi! Willkommen bei der Stream heute. So, den kenn ich doch, ja. Wie geht es Ihnen, Herrn Fuggenheimer, ja. Heute ganz okay. Es ist ertragbar heute. Finde ich gut. Man kann vom PC sitzen und nicht schmelzen heute, das ist sehr schön. Hi, erstmal. Schön, dass ihr da seid. Kanal.Sounds funktionieren. Check, check. Wissen wir Bescheid. Hi. Wir machen heute Chat's Choice. Hab ich noch ein bisschen was zu erzählen. Und Free. Dankeschön für den 78. Monat. Und danke für T2. Vielen lieben Dank. Wer haben wir denn im Chat? für T2, denn ansonsten kurat sich. Linki sich. Moin. Denn jeder weiß, T2 sind richtig angesagt. Geht nochmal ein Ohr sagen. Kann ich zurück Hallo sagen. Und Alex, vielen lieben Dank auch für den T2. Sechseinhalb Jahre mit gutem Content. Hey Alex, ich meine, ich war ja in den letzten sechseinhalb Jahren auch bestimmt dreimal live. Und jeder weiß, T2 sind richtig angesagt. Und bedenke, stets macht der Fuggebet der Föße. Sellout, wir nehmen T2. Dankeschön. Ja, das ist, was Lumian sagt. Denn jeder weiß, T2 sind richtig angesagt. Und davon gab es auch nur Minecraft. Sechs Komma Fünf Jahre voll mit gutem Content. Zählen wir den Summathon als einst oder mehrere? Ich weiß es nicht. Streng genommen als ein, oder? Danke euch beiden. Ja, hi. Wir machen heute Chats choice. Habe ich noch ein bisschen was zu erzählen, weil wir haben uns ein bisschen was überlegt, um das noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Ansonsten hoffe ich, euch geht es gut. Und ihr kommt mit der Hütze gut zurecht. Bei mir ist heute relativ angenehm. Das ist sehr schön. Das ist nicht mehr so unerträglich wie die letzten Tage. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Heute ist ein guter Tag, ne? Heute finde ich, ist wirklich, heute ist wirklich sehr angenehm. Sehr angenehm. So. Ähm. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Aber es ist schon wieder weg. Ach so, wo Linky gerade Stichwort Minecraft schreibt, vielleicht schon mal so unter der Hand, dass ihr es schon mal gehört habt. Wir haben gestern einen Termin festmachen können für das nächste MCB. Und es wird Sonntag, der 30. Juli sein. Wird nur mal in den Raum geworfen. Äh. Hat sich gestern nach ein bisschen hin und her ergeben. sind wir ganz froh drüber. Weil es war wieder schwierig, da Leute zu finden. Ja, hallo. Ähm. Wir machen heute Chats Choice. Ähm. Und zwar mit einem Spiel, welches sich Moneyful Garden schimpft. Äh. Das habt ihr beim letzten Mal gewotet. Das spielen wir heute. Und natürlich machen wir heute auch ein neues Voting. Da suchen wir uns gleich ein paar Spiele für aus. Und dann hab ich da auch noch so ein, zwei kleine Änderungen, die das ganze System ein bisschen interessanter noch machen. Denn wir haben ja jetzt zehn Chats Choice Votings hinter uns. Wir haben das ganze zehnmal gemacht. Und ein paar Sachen sind mir in diesen zehnmal aufgefallen. Ähm. An denen noch mal ein bisschen gearbeitet wurde. Aber da komme ich gleich zu. Äh. Kennt man die Leute fürs MCB? Nein. Nein. Das sind zwei komplett neue äh. Nein, nicht neue. Also nicht neue Streamer. Das wäre Quatsch. Aber es sind neue Leute im MCB-Universum. Ähm. Zwei VTuber tatsächlich. Äh. Wir haben neue also neue Gesichter würde ich an der Stelle nicht sagen. Weil wir haben tatsächlich zwei VTuber zu Gast. Ende Juli. Äh. Wird auch interessant. Mal gucken, wie wir das machen. Mal schauen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall haben wir Frischfleisch. Und sogar ziemlich interessantes Frischfleisch. Denn äh. Es sind zwei man kann sagen beste Freunde. Also die kennt sich halt auch richtig gut. Das heißt, wir haben da so ein paar Möglichkeiten, ein paar Spicy Games zu machen. Die so ein bisschen die die Freundschaft testen. Wir haben da schon ein paar Ideen. Ähm. VTube-Modelle statt fest wissen wir noch nicht. Entweder machen wir VTuber-Modelle einblenden oder wir lassen die Cam ganz sein. Weil wie viel Sinn machen VTuber-Modelle in einem in dieser MCB-Show, wenn du die Reaktion halt nicht so richtig sehen kannst. Wissen wir noch nicht. Äh. Mal gucken. Wir haben uns doch nicht final entschieden, ob wir das mit oder ohne machen. Aber das lassen wir unsere Sorge sein. Wir überlegen uns, wie das läuft. Wir saßen jedenfalls gestern Abend zusammen und haben uns dann Plagen gemacht. Und, äh, ja. Aber, ey. Müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Sind ja noch ein paar Tage. Und, äh, 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 ähm. Wenn's denn in die Richtung geht, werdet ihr es euch entsprechend noch ankündigen, ordentlich. Viel wichtiger wäre die Ankündigung für dieses Wochenende. Vielleicht habt ihr's mitbekommen. Ich hab auf dem Discord angekündigt. Eine neue, schöne Challenge. Eine neue, schöne NEC. Könnt ihr mal in den nächsten Stream-Channel auf Discord gucken. Samstag, 14 Uhr. Ich hab die letzten Tage doch sehr viel was vorbereitet für ein großes Streamer-Wochenende. Nehmt euch da mal Zeit. Das könnte unterhaltsam werden. Aber heute machen wir erst mal Chats' Choice. Heute machen wir erst mal Chats' Choice. Ähm, gehen wir direkt rein? Ja, komm. Komm, wir gehen mal direkt rein und ich erzähl euch mal, was heute abgeht. Also, wie gesagt, Chats' Choice, Manifold Garden. Das ist ein Rätselspiel. Geht also ein bisschen an die grauen Zellen von mir. Wird wieder schön peinig, wenn ich die einfachsten Rätsel nicht raffe. Habt ihr euch ausgesucht. War im letzten Voting ganz vorne. Vor allen Dingen haben wir heute aber auch wieder ein Chats' Choice, wo wir wirklich mal ein ganzes Spiel spielen und einen richtig schönen Stream machen können. Vielleicht wart ihr Sonntag da. Wir haben Sonntag auch Chats' Choice gemacht und das lief ja wirklich ganz, ganz katastrophal. Ähm, weil die Spiele, die gepickt wurden, einfach gar nicht mal der Knüller waren. Wir haben letzten Sonntag direkt zwei Chats' Choice gemacht. Das erste Spiel habe ich nach zwei Stunden wieder weggelegt, weil es mir gar nicht gefallen hat. Dann sind wir aufs nächste Spiel übergegangen. War auch nicht so der Knüller. Haben wir also auch weggelegt. Das heißt, die letzten beiden Chats' Choice waren wirklich sehr kurz und daraufhin hat sich dann Manifold Garden als nächstes Spiel herauskristallisiert beim letzten Mal. Und dann spielen wir auch. Alter, das sieht sehr gut aus. Ähm, was wir aber brauchen, wie immer bei Chats' Choice, ihr wisst ja, während wir ein Spiel spielen, habt ihr die Möglichkeit, für das nächste Spiel zu voten und wir brauchen für das Spiel, was wir heute spielen und durchspielen werden, weil das Spiel ist nur so fünf, sechs Stunden lang. Wir spielen das heute in einem Stück direkt durch. Wir brauchen natürlich neue Spieler für die nächste Umfrage, sodass ihr wieder voten könnt und entscheiden könnt, was wir denn beim nächsten Mal Chats' Choice, beim elften Mal Chats' Choice machen werden. Ähm, damit würde ich den Stream erst mal gerne beginnen, weil bevor wir das nicht haben, können wir nicht richtig loslegen. Daher, ähm, würde ich einfach mal euch um Folgendes bitten. Äh, ich brauche pro Person einen Spielevorschlag, wo man sagen würde, hey Fugenheimer, dieses Spiel, das würde ich gerne mal bei dir im Livestream sehen. So, grundsätzlich ist da auch alles möglich, Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch und alles, was auf dem PC geht. Grundsätzlich erst mal keine Einschränkungen, außer, außer, Fuki subben, das ist auch wichtig. wir machen, wir machen gleich. Ara, danke für den 27. Monat. ganz schnell und kostbar Klicks, mach mit der Maus auf dem Knöpfchen Klick, jetzt raff dich mal und sei kein Bauer, wer Fuki subbt, ist einfach schlauer. Ach, lass doch, also pass auf, pass auf, Spielevorschläge. Ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe eine Einschränkung, ich möchte, ich habe einen geilen neuen PC, ich habe hier coole Hardware zu stehen, die ich nutzen möchte. Ich möchte nicht irgendwelche Spiele, die gefühlt aus dem Jahr 1963 kommen spielen. Das ist die einzige Einschränkung, die ich habe und wenn natürlich gleich Vorschläge kommen, wo ich von vornherein reise, das mag ich nicht, dann kann ich euch ja sagen. Aber das ist so die eine, ich möchte jetzt hier nicht, kennst du dieses Spiel von Anno 1997? Das würde ich gerne sehen, so, nee, ich will irgendein bisschen was moderneres spielen. So, das ist die eine Einschränkung, die ich habe, okay. So, ansonsten würde ich jetzt gerne pro Person einen Spielevorschlag entgegennehmen. Ich fange bei Linky an, Death's Door finde ich cool, schreibe ich schon mal auf. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, ja, hoffentlich sind die Spiele immer im Spielekatalog drin, aber das meiste habe ich ja irgendwie immer so gesehen. Hallo Brina, so, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, Scorn, Lumian, wärst du mir bereit, dieses Spiel zukommen zu lassen? Ich besitze dieses Spiel nicht und ich habe auch keinen Game Pass mehr. Ich habe meine Xbox verkauft. Äh, Trivi, selbe Frage an dich. Ähm, besitze ich nicht, wärst du bereit, mir das in dem Fall zukommen zu lassen? Pokémon Infinite Fusion, okay. Infinite Fusion. Fallout New Vegas. Ja, ja, ist ein bisschen älter, aber ist streng genommen noch in meinem Backlog. Kerbal, einmal zum Mond. Werde ich überlesen. Night Security, Entschuldigung, das ist, ja, Night Security kenne ich, das ist, ja, so ein kleines Gruselspiel. Security, ähm, Wonderlands, Tiny Tina's Wonderlands, ja, Tiny Tina's Wonderlands, kann ich auch mit aufschreiben. Kann ich möglicherweise sogar Ado mitnehmen dann. Hallo Kampfi, moin, Kerbal, Zandosh, bin ich ehrlich zu dir, ähm, werde ich keine Freude mit haben, deswegen nehme ich sich mit drauf. Nur heute, Lumian, wir werden heute am Ende des Streams erfahren, was in der Umfrage gewonnen hat. Sagt mir einfach, ob ja oder nein. So, dann wird nix ausgeworfen, dann überlegt ihr was anderes. Ehrlich gesagt, Tribi, überlegt ihr was anderes, weil ich bin jetzt auch nicht so heiß da drauf. Ich würde jetzt keine Umwege laufen, um ein Kinderspiel, Pepper Pig, zu spielen. So, Angebot steht, wer möchte und ne Idee hat, was man gerne im Stream sehen möchte, wir werden heute am Ende des Streams erfahren, welches Spiel das nächste wird, kann jetzt Spiele vorschlagen. Alan Wake Remaster, hab ich schon gespielt, nächster Vorschlag bitte. Ducktales Remastered, ja, hab ich. So, Elden Ring, ja gut, Ara hat schon einen Vorschlag schon. Ich persönlich hab übrigens auch zwei Vorschläge draufgepackt, auf das Glücksrad gleich, das ist nämlich immer noch A Black Tale Innocence und Shovel Knight Dick. Nur mal so nebenbei, ich kann mich da ja auch dran beteiligen, voten müsst ihr das ja dann. So, Anymore Vorschläge, Dave the Diver, wärst du bereit, mir das zukommen zu lassen, dann ja. Besitze ich nicht. Das ist noch zu frisch, hab ich keinen Kiefer bekommen. Ähm, Tribi, überleg dir was anderes. Achso, A Black Tale Requiem meine ich natürlich, nicht Innocence, Teil 2, du hast völlig recht. So. Letzte Chance, wer was vorschlagen möchte, tut es bitte jetzt. Aktuell eher nicht, kein Problem. Dann such dir was anderes aus. so. 4, 3, 3, 2, 1, dann sind wir durch. Ähm, dann haben wir unser Glücksrad. So, dann haben wir keine weiteren Spielevorschläge. Dann sind wir jetzt durch. So. Ähm, vorweg. Normalerweise würde ich jetzt vier verschiedene Sachen auslosen. Hallo, Kloa. Äh, normalerweise würde ich jetzt vier verschiedene Sachen auslosen. Aber, ich hab ja gesagt, wir machen, ich hab Chat-Choice ein bisschen anders gemacht. Erste Änderung, ja, erste Änderung, das, die, das zweitplatzierte Spiel aus der letzten Umfrage, immer, übernehme ich ab sofort mit in die nächste Umfrage. Ja. Das heißt, wenn ein Spiel nicht gewinnt, hat es zumindest, wenn es der zweite Platz wird, die Chance, auf die nächste Umfrage zu kommen und es nochmal zu versuchen. Das ist jetzt neu. Damit es ein bisschen spannender bleibt beim Voting. Ja. Second Chance sozusagen. Das war beim letzten Mal One-Shot. Fragt mich nicht, was das ist. Irgend so ein abgefucktes Rätsel-Game, was Semmelclays vorgeschlagen hat. Das war beim letzten Mal One-Shot. Das kommt jetzt mit auf die Umfrage plus drei neue Sachen. Guck mal, welche drei neuen Sachen das werden. Wir haben zum einen Tiny Tina's Wonderlands, das ist ein Borderlands-Spin-Off. Ähm, dann haben wir DuckTales Remastered. Und dann haben wir Pokémon Infinite Fusion. Wobei ich da noch nicht verspreche, dass ich es durchspiele, weil das fucking riesig ist. Und das Meme davon ist eigentlich nur, ha, 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 du kannst zwei Pokémon zusammenpacken und dann sehen sie anders aus. Aber einen Stream angucken, kann man sich das auf jeden Fall. So. Ähm, dann passiert jetzt folgendes. Ich werde die Spiele mal kurz in unser Tool eintragen. Dö, 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 dö. Und dann kommen wir auch gleich zur zweiten Änderung. Also, was hatte ich gesagt? One-Shot. Dann hatte ich gesagt, Tiny Tina's Wonderlands. Dann hatten wir gesagt, äh, ich mache mal Tina's Wonderlands draus. Ansonsten ist es zu lang. Äh, was hatte ich gesagt? DuckTales Remastered, ne? Schreiben wir einfach nur DuckTales. Und was hatte ich noch gesagt eben gerade? Ah ja, Pokémon Infinite Fusion. Ja. PKM Infinite Infinite Fusion. Okay. Das sind die, das sind die vier Spiele. Äh, 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 jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ah, ich muss das, warte mal, ich muss das richtig resetten, ne? Ah ja, okay, perfekt. Wunderbar. Gut. Dann müsste jetzt eigentlich das Ganze funktionieren. Lass mal gucken. Schauen mal. Ah ja. Also, links unten ist die neue Umfrage. Und jetzt hört bitte einmal zu. Jetzt hört bitte einmal zu. Oh, ich hab DuckTales und nicht DuckTales geschrieben. Na, ist egal. Ihr werdet schon damit klarkommen. Hört bitte einmal zu, bevor ihr votet. Ähm, ich hab ja gesagt, es gibt noch eine zweite Änderung. Die erste Änderung war, Platz zwei wird immer in die nächste Umfrage übernommen. So. Ähm, wir machen jetzt noch was Neues. Denn mir ist eine Sache aufgefallen in diesem 10-Malchats-Choice. Ja? Nämlich die Tatsache, dass wenn auch nur eine einzige Sache slightly vorne ist, abrupt aufgehört wird zu voten, weil das macht ja keinen Sinn mehr. Und das ist Quatsch. Dieses Format basiert da drauf, dass ihr die Möglichkeit bekommt, was vorzuschlagen, was hoffentlich möglichst viele Leute gerne sehen wollen. Und wir gehen das am besten mit einer möglichst großen Schnittmenge an Meinungen. Deswegen seht ihr jetzt über der Umfrage, über einer neuen Umfrage immer, die Wahlbeteiligung. Wenn die Wahlbeteiligung bis zum Ende der Umfrage nicht 100% erreicht, dann ist das Voting ungültig und ich suche mir eines der vier Spiele einfach selber aus. Wenn die Wahlbeteiligung 100% erreicht, kommt das nächste Spiel natürlich. Das plus der zweite Teil, der zweite Platz wird in die nächste Umfrage übernommen und die Kanalpunkte Votes sind auch günstiger geworden, nämlich um über die Hälfte, sollte hoffentlich dafür sorgen, dass das Voten ein bisschen mehr Spaß macht, ein bisschen spannender wird und ein bisschen motivierender ist. Die Wahlbeteiligung wird nie so unfassbar hoch sein, dass ihr gezwungen sein werdet, irgendwie mit Zaps oder so zu voten. Gebt mir all euer Geld doch nur pro Euro, ja das ist nicht die Welt und wenn ihr blank seid, ist mir das völlig egal, dann gibt's ein Gifts ab, denn das juckt maximal ein bisschen Sellout. Gebt mir all euer Geld doch nur pro Euro, ja das ist nicht die Welt und wenn ihr blank seid, ist mir das völlig egal, dann gibt's ein Gifts ab, denn das juckt maximal. Danke, danke für den Zehner. Um Ninkys Frage zu beantworten, zählen Donos und Subs auch für die Wahlbeteiligung. Ja, aber ich hab meinen Satz noch gar nicht zu Ende gesprochen. Die Wahlbeteiligung ist so ausgelegt, dass es immer easy möglich ist, das nur mit Kanalpunkte Wurz zu erreichen. Ihr seht ja, wie hoch ist gerade schon schnell, wir sind jetzt schon bei 31 Prozent und es ist hauptsächlich durch Kanalpunkte gerade passiert. Ich kann euch auch sagen, wie ich auf den Wert gekommen bin, ich hab einfach meine durchschnittliche Zuschauerzahl genommen, davon bin ich ein bisschen runtergegangen und hab einfach gesagt, wenn ein bisschen weniger als meine durchschnittliche Zuschauerzahl einfach mit Kanalpunkten mitwortet, ist die Wahlbeteiligung immer easy zu erreichen über Kanalpunkte. Ich denke, das ist fair. Es soll einfach nur darum gehen, dass Leute mehr motiviert sind mitzumachen und ich denke, durch die Wahlbeteiligung und durch die Tatsache, dass Platz 2 es immer noch in die nächste Umfrage reinschafft für eine Second Chance, finde ich, das ist ein gutes System, was motiviert A generell mitzumachen und B auch noch mitzumachen, wenn wenn irgendeine Sache sehr weit vorne ist, sodass man sich wenigstens noch um Platz 2 bemühen kann, um es für das nächste Mal als neue Chance noch zu haben. So, gut, dann haben wir es. Ich denke, Erklärung ist soweit durchgegangen. Und wie hoch die Wahlbeteiligung sein muss, hängt auch immer davon ab, wie lang das Spiel ist, was wir gerade spielen. Money Full Garden ist ein kurzes Spiel, also wird die Wahlbeteiligung nicht so hoch sein müssen. Wenn wir jetzt aber Red Dead Redemption oder so spielen würden, in dem Spiel, wo wir 6, 7 Streams dran sitzen, dann würde die Wahlbeteiligung natürlich höher sein, weil mehr Zeit ist zum Boten. You get the idea. So. Gut, dann haben wir das. Okay, W. Ja, Casual Germ hatte noch 100 offen. Das ist natürlich nice. Einfach schon 150 Prozent. Fairerweise muss man sagen, ich meine, Wahlbeteiligung erfüllt, top, ja. Fairerweise muss man aber sagen, Casual Germ hatte von irgendwann noch 100 Euro offen, die er nicht eingelöst hat fürs Voting. Die hat er jetzt nachgeholt. Kann man natürlich auch machen. Das Ding ist, kann er jetzt nicht nochmal machen. Ist jetzt weg. Gut. Lasst uns Videospiele spielen. Dafür sind wir hier. Und zwar Money Full Garden. Wo habe ich es denn? Bing, 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 bong. So. Und das Schöne ist, schaut mal, wir haben jetzt einen Platz 1, der relativ weit vorne ist. Okay. Ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es das wird. Kann man easy einholen. Wir sind gerade mal am Anfang des Streams. Kann man easy einholen. Aber, mit Voten ist trotzdem noch spannend, weil, man jetzt wenigstens versuchen kann, noch einen Platz 2 zu sichern, dass es beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. You get the idea. Voten ist jetzt, es gibt, also es ist immer noch gut mit zu voten. So. Und das ist die Idee, die ich hatte und ich glaube, das ist ganz gut. So. Hä? Das heißt, wenn ihr versuchen wollt, euer Spielvorschlag noch in das nächste Voting mit rein zu bekommen, macht Voten jetzt immer noch Sinn. Voten ist ja jetzt auch günstiger. 1, 2, 3. Immer schön Voten, Jungs und Mädels. Und ich denke, diese beiden Verbesserungen dürften das Ganze noch ein bisschen cooler machen. So. Aber. Ähm. Wir gehen jetzt rein und spielen Money Fold Garden. Das spielen wir heute auch durch. Das ist unser zehntes Chat-Toys-Spiel. Vielleicht zur Erklärung, was das ist. Money Fold Garden ist grundlegend erstmal ein Rätselspiel, was, sobald ich das einschätzen kann, viel mit Perspektive spielt. Vielleicht, und ich hab den Namen des Künstlers schon wieder vergessen, kennt ihr diese berühmten Gemälde mit diesen unendlichen Treppen und unendlichen Räumen, was sich immer wiederholt. Da gibt es ein paar ganz berühmte Gemälde. Ähm, Escher. Escher heißt der Künstler. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Das ist auch so ein bisschen die Idee, die sich dieses Spiel genommen hat, die es umsetzen möchte. Sowohl optisch als auch, ich denke, in seinen Rätseln. So. Spiel soll so vier, fünf, sechs Stunden gehen. Und dann wissen wir heute am Ende auch, ähm, was das nächste Spiel im Voting sein wird. Tiny Tina's Wonderlands ist gerade vorne, aber wenn ihr euch ein bisschen zusammentut, kann man das auch alles noch einholen. Gar kein Stress. Das kriegt man easy hin, wenn man mitmacht. So. Ich spiele Splint. Ihr seht, ich hab schon mal drei Minuten, unfassbare drei Minuten reingespielt, um mal zu gucken, ob es läuft. also man könnte auch sagen, ich kenn das Spiel noch nicht. Und, äh, gucken wir mal. Bei manchen Menschen können epileptische Anfälle auftreten, wenn sie bestimmten Bildern ausgesetzt sind. Bla, bla, bla. Solltet ihr euch also da anfällig für fühlen? Tja, schade. Dann ist das jetzt wohl euer Problem. Hallo, äh, hallo Baby übrigens auch. Entschuldigung, das ging gerade unter. Drei Minuten sind länger als der Durchschnitt. True. True. Oh, warte mal. Meine, meine Nase juckt, ey. Also nicht meine Nase, mein Nasenrücken juckt. Keine Ahnung. Da, wo die Brille immer aufliegt. So. Dann wollen wir mal. Das Spiel erinnert mich übrigens ein bisschen an Anti-Chamber, falls ihr das schon mal gesehen habt. Das ist übrigens der erste Kniff des Spiels. Man kann sich so an Wände stellen. und wenn man an der Wand steht und da die Leertaste drückt, dreht man quasi den Raum in die Richtung an der Wand, wo man steht. So, ne? Versteht ihr, was ich meine? Und das hier ist ein Knopf. Mit Knöpfen mache ich Türen auf. So, und vielleicht, naja, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Da kann einem ein bisschen schlecht bei werden. Hoffentlich habt ihr alle kein Motion Sickness. Oh Gott. Ich calle übrigens jetzt schon in spätestens 30 Minuten. Man kann Blöcke übrigens auf diese Dinger raufstellen, um Türen zu öffnen. Ich kann euch jetzt schon versichern, hundertprozentig wird in wenigen Minuten mein Kopf einfach brutal rauchen, weil ich dieses ganze hin und her gedrehe, einfach völlig, weil mich das völlig overwhelm wird. Und nicht wundern, dass ich so schnell hier durchlaufe. Das ist der Teil, den ich schon mal gespielt habe. Ich kann euch auch gleich sagen, wo ich, ähm, kann ich den an der Decke auch machen? Ne, ich muss an der Wand dafür stehen. Auf dem Boden dafür stehen, okay. So, ich kann euch auch gleich sagen, wo ich aufgehört habe, das letzte Mal. Man kann Blöcke, wenn sie an der Wand sind, nicht aufheben. Man muss tatsächlich, und dann leuchten die Blöcke ja auch, man muss tatsächlich, ähm, warte mal, hier ist noch ein zweiter. Oh, ich seh. Äh. Man muss tatsächlich, äh, ja, immer in der, immer auf dem Boden ausstehen. äh, Gott. Kann man das jederzeit machen? Du kannst das insofern jederzeit machen, dass du halt immer, also du musst halt eine Wand haben, an der du stehst, um sie zu drehen, aber vorausgesetzt, du kannst das, kannst du das die ganze Zeit machen. Ja. Ich glaube, ich mache ein bisschen lauter, oder? Audio. Dann gehen wir mal auf 6 hoch. Springen kann man in dem Spiel übrigens auch nicht. Hui. Das Spiel habe ich schon ewig auf meiner Liste. Das ist ein guter, das ist ein guter Pick von euch gewesen. I love my Rätselgames. Das wird ein richtiger Mindfuck. Das wird in der Tat ein richtiger... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, passt auf. Das hier ist ein grüner. Den kann ich nicht hier draufstellen. Also schon, aber es passiert nichts, weil er hier ein blauer hin muss. Das Problem ist, dass, wenn ich den blauen hier habe, ich den jetzt nicht einfach an diese Wand dran packen kann. Der fällt ja immer runter. Und wenn ich jetzt hier wieder bin, kann ich den halt aber auch nicht nehmen, weil diese Wand hier gerade nicht die aktive Ebene ist. Aber was ich machen kann, ist, ich habe den grünen hier schon clever positioniert. Ich kann den blauen dann einfach auf den grünen draufstellen und dann funktioniert das. You get the idea? Als ich mal kurz angespielt habe, ist mir hier drinnen in dem Raum schon ordentlich der Kopf geraucht. So. Und jetzt sind wir übrigens an der Stelle, wo ich beim Anzocken aufgehört habe zu spielen, wo ich mir dachte, oh ja, das ist nice. Das könnte man eigentlich streamen. Also das ist, das ist der, das ist der Moment, wo ich aufgehört habe zu spielen. Und erinnert ihr euch noch, als ich gesagt habe, dass dieses ganze Spiel optisch und mechanisch mechanisch an diese unendlichen Gemälde von Escher angelehnt ist. Dass es halt die ganze Zeit unendlich weitergeht. Naja, wir müssen mit diesem Block da rüber und den müssen wir da reinpacken. Und das ist der Moment, wo ich wusste, beim Anspielen, das ist der Moment, wo ich wusste, das Spiel ist cool. Weil, passt auf. Man kann sich einfach runter yeeten und das wiederholt sich halt die ganze Zeit. Es ist basically ein unendliches Gemälde. Und genau so kommen wir auch rüber auf die andere Plattform. Poink. Und theoretisch, theoretisch, könnten wir jetzt auch einfach die ganze Zeit, ich würde es euch nur mal beispielhaft zeigen. Wir müssen das nicht machen. Ich würde es euch nur beispielhaft mal zeigen. Wir können jetzt also theoretisch auch die ganze Zeit diese Treppe hochlaufen an diesem Turm, um dann gleich wieder an dem Raum oder auf der Plattform rauszukommen mit der Tür zu dem Raum, von dem wir gerade standen. Ich weiß nicht, wie hoch wir dafür laufen müssen. Ein paar Etagen werden es wohl sein. Da waren wir gerade hier unten. Ach, und da oben ist das nächste dann. Wenn wir jetzt da hochlaufen würden, wären wir im Prinzip wieder hier unten. So. Klacker, klacker, klacker. Ich denke, Idee kam an. So. Poink verpasst. Scheiße. Und das ist alles das, was ich von diesem Spiel kenne. Hier habe ich ausgemacht und dachte mir, jo, das ist nice. Das könnte man tatsächlich streamen. Das ist witzig. Ab jetzt weiß ich nichts mehr. Sprinten kann man auch. Das ist sehr gut. Und ihr könnt euch sowas von darauf gefasst machen, dass mein Hirn hier gleich richtig rauchen wird. Und ich schwöre, ich habe keine Ahnung, ob es Collectibles oder so gibt, die man sammeln kann. Irgendwelche versteckten Sammelobjekte oder so. Aber wenn ich mir die Unendlichkeiten dieser Treppenhäuser hier angucke, ich fühle mich gerade so ein bisschen, als würde bei mir im zehnten Stock der Fahrstuhl ausfallen. Und ich müsste nach oben laufen. Das ist ungefähr dasselbe Feeling gerade. Wenn es hier Sammelobjekte gibt, ne, dann Holy Lord. Hoffentlich nicht. Naja, ist ja auch interessant. So. Ich habe dir jedenfalls gut ausgesucht. Was haben wir denn hier? Ein Blob. Oh, warte mal. Ich wollte gar nicht. Stimmt, ich kann ja... Oh, man kann ja auch noch alles drehen. Wait, what? Wait a minute. Ist das ein neuer Ort, wenn ich hier langlaufe? Ich bin verwirrt. Naja, das ist ein neuer Ort. Das ist nicht derselbe, oder? Laufen wir gerade die Treppe hoch oder laufen wir runter? Okay, das ist mega trippy, Alter. Achso, warte mal. Ich muss einfach alles drehen. Das ist mega trippy. Oder irgendwie hat es ein bisschen auch optisch, ich weiß nicht, ob ihr Anti-Chamber schon mal gespielt habt. Das ist auch so ein Rätselspiel. Optisch finde ich, hat es ein bisschen was von Anti-Chamber. War da... Ah, guck mal hier. Hier ist die Plattform, wo wir gerade waren. Mit diesem Dreck, der da war. Und hier ist die Plattform noch mal. Ich glaube, das ist dieselbe. Ah, nee, warte mal. Das hier ist dieselbe wie die hier. Aber die hier ist nicht dieselbe. Egal. Ich muss auch erst mal gucken, was hier abgeht. Ich muss auch erst mal gucken. Ich werde auf jeden Fall noch sehr oft sehr lost durch die Gegend laufen. Wir können ja mal hier vorne reingehen. Guck mal. Komm ich hier runter? Ja. Boin. Äh, okay. Äh, let me think. Also, warte mal. Der eine ist ein gelber, ne? Ähm. Lass mich mal gucken. Wie kriegen wir denn Könnte ich nicht versuchen. Nee, das ist Quatsch. So, warte mal. Ich will den Roten hier rauf bekommen, ne? Theoretisch kann ich den Roten da drauf stellen. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Dann gehen wir hier hin, stellen uns wieder hier ran. Kann ich den Roten von hier oben picken? Oh, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Wo ist die Tür? Da. Das Hau-Design ist richtig nice. Joa. Mega smart. Ähm. Warte mal. Passt sich der Boden immer an? An die Farbe? Oh, gucke mal. Schaut mal hier. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf dieser Wand hier laufe, wird das hier grün. Auf dieser Wand blau. Auf dieser Wand so leicht gelb. Man erkennt es nicht so gut, weil es dunkel ist. Und auf dieser Wand rot. Das heißt, ich erkenne an der Bodenfarbe immer, welcher Knopf auf dieser Ebene quasi wäre. Das sollte ich mal im Hinterkopf behalten. Gott. Okay. Hier ist ein Baum mit blauen Knöpfen. Die wachsen auch neu, oder was? Okay, aber dann despawnt der Alte. Äh. Ich muss einen roten da oben ranbekommen. Sure. Aber wo ist der rote? Wahrscheinlich ist der da oben. Das wird wohl der sein. Anders? Ja. Okay. Kann ich den hier, kann ich den Baum fällen für Minecraft? Nein, kann ich nicht. Ah, ich befürchte, das wird die erste Kopfnuss jetzt hier. Wie komme ich denn jetzt, warte mal, wie komme ich denn jetzt da hoch? Moment, wo ist der rote Button? Der rote Button müsste auf dem Ding hier drauf sein. Halt nur von oben, oder? Wie komme ich da jetzt hin? Wie kriege ich den da drauf? Äh. Und wie können mir die beiden blauen da oben helfen? Weil die blauen da oben werden ja irgendeinen Sinn haben. Müsste. Aber du willst was von mir? Jetzt geht's nämlich schon los, ne? Wir sind literally im ersten, im ersten Rätsel. Könnt ihr jetzt theoretisch so einen blauen nehmen und an diese unter... Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mit dem blauen was da oben bauen, damit der rote, wenn ich's umdrehe, da drauf bleibt. Ich weiß es nicht, warte mal. Kann ich die so stellen? Theoretisch ja. Lass ich mal checken. Grüne Seite. Rote Seite. So. Und jetzt kann ich doch... Aber bringt mir das was? Aber ich kann jetzt den roten da hinstellen. Und wenn ich jetzt wieder zurück auf die blaue Seite gehe, bringt mir das wahrscheinlich gar nichts. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, das bringt mir überhaupt gar nichts. Also ich... Der rote ist jetzt da, aber ich kann ihn nicht nehmen. Warte mal. Hä? Äh? Was? Moment. Give me a second. Das ist nicht, was ich suche. Ich müsste ja... Aber wenn ich... Aber ich kann die blauen ja auch nicht da unten ran packen. Das ist ja auch Quatsch. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt eine ganz dumme Idee. Aber was, wenn ich jetzt... Also, was wäre, wenn? Dreh einmal. Dann sollte der rote ja gleich wieder runterfallen. Right? Genau. Was, Sven? Der Gedanke ist gar nicht so blöd. Der Gedanke ist, glaube ich, sogar richtig gut. Wartet mal. Der Gedanke ist, glaube ich, sogar gar nicht so verkehrt. Und ich stelle ihn ja... Warte mal, wie muss ich das jetzt bauen? Ich muss das... So bauen, oder? Ja. Und dann kann ich den da drauf... Ist das dumm. Ich bin mir halt noch nicht mal sicher, ob das wirklich zielführend ist, aber... Irgendwie nicht, ne? Ja, obwohl, warte, doch, natürlich ist das zielführend, weil... Warte mal. Also, der Block liegt da richtig. Die Frage ist... Kann ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Why you do this? Ähm... Nee. Moment, 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 Ist das so gewollt? Ich kann... Ich muss das drehen, und zwar so. Oh mein, mein Hirn macht das gerade noch nicht mit. Wie drehe ich das? Wie drehe ich das? Ich muss, ich muss da stehen. Ich muss da stehen. Und ich kann das nur drehen, während ich auf diesem Treppending bin. Weil ansonsten komme ich da ja nicht rauf. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich stehe auf diesem Ding? Ah! 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 Nein! Nein, 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 nein! War richtig! War richtig! Aber soll ich was sagen? Ich stehe auf diesen Würfeln, und ich komme nicht hier drauf. Er kann nämlich nicht diesen kleinen Vorsprung hier hochgehen. Will er mich verarschen? Oh, wo bin ich? Oh! Ich bin mir auch noch nicht entirely sure, ob ich das überhaupt richtig mache hier. Aber in meinem Hirn ist das gerade eine Lösung, die potenziell funktionieren. könnte. Es gibt bestimmt cleverere Lösungen dafür. Bestimmt irgendwas total Simples. Aber ich sehe es nicht. Oh mein Gott, das ist der Start vom Spiel. Ich bin literally in den ersten 20 Minuten des Spiels und ich blick jetzt schon nichts mehr. Ah, wenn man springen könnte, wäre es alles bedeutend einfacher, ne? Ja, ja, ich kann den Block, theoretisch kann ich den Block nehmen. Ich kann ihn nur nicht hier raufstellen. Das wollte ich nicht. ist das... Ist das... Wenn ich... Kann ich nur nicht. Ich kriege den Block halt nicht da oben raufgestellt. Komm halt nicht höher als das. Wenn ich ihn noch höher kriegen würde, wäre gut. Offiziell der dümmste Mensch der Welt, glaube ich. Ziemlich struggle. Das... Hm. Warte mal. Der rote Block, der schwebt... Warte mal. Das ist ja eine Sache, solange ich nicht auf der Ebene bin. Bleibt der Block ja ein Place. Dieser Block würde erst dann runterfallen, also auf dem Boden, beziehungsweise in dem Fall an die Decke. Warte mal. Oh mein Gott, Alter. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich mir hier gerade ausmale, funktionieren kann. Aber wenn es funktioniert, wäre witzig. So. Die blauen fallen jetzt nicht runter, deswegen ist der rote Stein jetzt freischwebend. immer vorbei ist immer noch Quatsch. Es ist eigentlich... Es ist eigentlich immer noch Quatsch. Die Position hat sich jetzt nicht viel verändert, nicht wahr? Kannst du mal an den Treppen drehen? Ja, es ist aber gar nicht so einfach, an den Treppen zu drehen. So. Never mind, es ist ziemlich einfach, an den Treppen zu drehen. Ich war einfach nur komplett dumm die ganze Zeit. Ich fühle mich gerade offiziell wie der dümmste Mensch der Welt. Wenn das nur der Start ist, will ich nicht wissen, was die nächsten Mal passiert. Wenn es doch komplizierter wird. Damn. Das war einfach schon unangenehme Lost eben gerade. So, jetzt bin ich von hier gekommen. Ah, okay. Ich bin wieder hier. Ich kann mir jetzt nur noch mal so einen zweiten Würfel ernten. Und dann kann ich den hier reinpacken. Warte mal. Hab ich das gerade richtig gehört? Hat Steam jetzt Achievement-Geräusche? Ich habe gerade ein Achievement bekommen und es hat dickele Ding gemacht. Ist das neu? Jo? Oh, okay. Naja, Hauptsache, sie sind nicht so laut wie bei Epic. Dass rechts unten was aufploppt bei dem Steam Achievement ist ja so weit bekannt. So. Oh, was? Was? Ähm. Okay. Okay, ich bin wieder da. Ah ja, okay. Gut, von da hinten kam ich. Das heißt, ich muss in jede Richtung einmal. Und wo ist die andere Richtung? Geht die wahrscheinlich da lang. Okay. muss man wahrscheinlich aus jeder Richtung einen Strahl holen. Erinnert mich, dass man irgendwelche Rätsel lösen muss, um irgendwelche Strahlen zu bekommen, die irgendwo hingehen. Erinnert mich ein bisschen an The Witness. Würde ich anmerken. Da war das auch so. The Witness ist übrigens ein gutes Spiel, was ihr spielen solltet. Geht's auf für Schnelle Ne Frikadelle Vielleicht noch zwei Ich bin dabei Mal auf für Schnelle Ne Frikadelle Ne Frikadelle Eins, Zwei, Drei Ich habe zwei Kinder. Ich sitze. Das ist okay, wenn ihr das nicht versteht. Das ist eine Meme neulich aus dem Medi-Chat. So. What is the game plan? Wir brauchen einen gelben, der hier vorne ist. Die gelbe Frucht finde ich da hinten. Stohle. Dann können wir uns ja erstmal so eine gelbe Frucht schnappen. Medi, dankeschön. Denk dran, du kannst noch voten. Musst dir jetzt zwar über Kanalpunkte machen, aber gehen natürlich alle noch. So, der gelbe muss da rüber. So far, so good. Und ich glaube, das dürfte in dem Fall auch gar nicht so schwer sein, weil wenn ich lass mich überlegen, den jetzt da rauf stelle, er funktioniert nicht ganz, aber wenn ich den noch ein bisschen dichter hole und dann da hinten rauf stelle und dann gehen wir da hin und dann gehen wir da ran und dann nehmen ihn hier weg und dann machen wir so. Oh. Guck mal, ging schon besser. Ging schon besser. Ging schon besser. Bleiben wir einfach dabei, dass der Raum, in dem ich eben gerade davor war, wo ich so lange hing, sagen wir einfach, das war ein einmaliger Totalausfall. Weil das, guck mal, das ging ja wesentlich schneller jetzt. Und wohin strahlt er? In die Richtung. Guck mal, war auch nur eine Richtung. Es ergibt in meinen Hürden alles gar keinen Sinn. Das ist, es ist auch alles ein bisschen verwirrend. Denkt dran, dass ihr links unten mitvotet. Tiny Tina's Wonderlands, das Borderlands Spin-Off ist gerade vorne, das ist cool. Ihr könnt aber, ihr habt den ganzen Stream-Zeit mit eurem Voting das Ergebnis noch umdrehen. Das ist alles noch möglich, sehr gut sogar. Und selbst wenn ihr das Ergebnis nicht mehr umdrehen wollt, es ist trotzdem spannend, denn, was auch immer Platz 2 sein wird, kommt in die nächste Umfrage mit rein. Also durchaus eine Sache, wo man nochmal reininvestigieren kann. Aus so solchen Choice lest es ruhig mal nach. So. Warte mal. Also ich hab jetzt, okay, fair enough, ja, ich hab die beiden Strahlen hier reingeleitet. Das ist cool. Aus der Richtung muss aber noch ein Strahl kommen. Das Problem ist, dass in die Richtung hier einfach nichts ist. Kann ich mich... Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt bin. Das ist mein Problem. Ist das hier, ist das hier der Ort, wo ich hin muss zum Rätsel? Oh, nein. Huh. Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Okay, ich hab keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin, aber ich hab den dritten Ort erreicht. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Warte mal. Das ist ein blauer Knopf. Hatte ich blau nicht gerade schon? Draußen war noch ein roter. Nee, das ist neu. Was bist du hier? Den kann ich gar nicht bewegen. Oh, ähm, das ist ein draufstehen Block, damit ich hier oben rankomme. Äh, äh, ja. Ja. Wie muss ich mich, so, okay. Wie stelle ich den jetzt am besten, damit ich hier so und dann so und dann so, okay. Wo ist der Baum? Da vorne. Ach, hör mir auf. Warte. Ja, okay, 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 I get it. I get it. Der eine rote kommt auf jeden Fall hier rauf und den anderen roten werde ich brauchen, um den hier hinzustellen. Ha. Ich muss den aber hocharbeiten. Ich muss den hocharbeiten. ist das überhaupt, warte mal. Also, ich stelle den hier hin. Dann stelle ich ihn, ich könnte auch direkt höher gehen eigentlich, ne? so. Und dann ... ... ... ... ... ... ... Wait a minute. Das ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Ich komm da oben ja nicht ran, ne? Ich komm da nicht ran. Wie exakt drauf muss der stehen? Ja, okay, reicht nicht ganz. Schieb ihn noch ein bisschen runter. Ja, nee, 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 kannst du, äh, auf die Blöcke, wenn die, kannst du, also, ja, ja, ich kann theoretisch, also das geht, ich kann theoretisch sagen, ich stelle diesen Block hier hin und dann stelle ich mich da ran und dann, zack, stehe ich auf diesem Block drauf. Also, das ist schon eine Sache, die geht. Oh, warte mal, zack, und dann so. Ach so, ja, ist ja mega easy, ich muss das ja nicht vom Boden aus machen. Wait a minute, das ist halt, ist halt super easy. Nee. So. Okay. Ja. Hat keiner worked. Wenn man Fuki sagt, wie easy, äh, wie easy in dem Game was ist, komme ich mir dümmer vor. Ein bisschen aufpassen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man ein bisschen mit aufpassen muss, ne? Das hilft nichts. Tausendmal gesuppt, tausendmal T1 gemacht, tausendmal T1 gemacht, tausendmal T1 resuppt, es hat Scherching gemacht. Bumbe, danke für den 74. Monat. Auch an dich nochmal, es ist Chats Choice. Nutze dein Sub noch zum Boden. Ihr könnt über Kanalpunkte mitbestimmen, was als nächstes Spiel kommen soll. Ihr könnt aber auch einfach die Wörter unten aus der Umfrage in euren Sub- oder Donotext schreiben und so abstimmen. Das heißt, ihr könnt mir nicht nur was Gutes tun, wenn ihr mich bei meiner Arbeit unterstützen wollt. Ihr könnt auch gleichzeitig damit aussehen, was ihr gerne im Stream sehen wollt. Nur nochmal der Hinweis, weil manchmal, denke ich, Leute ignorieren das. So, wir wollen zurück nach da vorne, ne? Okay. Kids Batman, Bubbe, ist ja kein Problem. Du kannst es nachholen mit Kanalpunkten. Hat dir ja der Bot auch gerade gestiegen. Nur damit ihr es nicht vergesst. So. Also Team Pokémon muss noch ordentlich mitvoten, damit das klappen soll. Casual Germ hat da leider schon mal ein Exempel statuiert gerade. Und ansonsten, denkt dran, Platz 2 erreichen ist auch immer gut, weil dann kommt es in die nächste Umfrage mit rein und kriegt eine Second Chance. Das ist neu. What is going on now? What? What? Muss der da oben hin? Okay, ist mega laut plötzlich. Warte mal, wenn das da oben so vibriert, ne? Und warum? Okay, wenn ich den Block nicht halte, wird es immer heller. Ich glaube, ich darf den Block nicht loslassen. Ich muss den Block, ohne ihn zu lange loszulassen, irgendwie da hinten hinbringen. Aber wie komme ich da jetzt am dümmsten drauf? Kann ich mich direkt hier drunter stellen? Ja. Nee. Oh, Kevin, sag du es mir. Warte mal, ich kann mich doch... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich bin doch dumm. Ich kann mich doch einfach runterfallen lassen. Und dann muss ich mich da oben auf der Plattform aber nochmal drehen. Das heißt theoretisch so. Okay. Das war wild. Ich vergesse immer, dass theoretisch runterfallen ja auch immer eine Option ist. Das ist eine Sache, die du machen kannst. Aber das ist so straight up vergessen, dass es eine Mechanik ist. Okay. Okay. Ah. Aha. Warte mal, ich kann den nicht da wieder reinstellen? Ach so, ich kann mir einfach einen neuen nehmen. Dann verschwindet der andere aber. Sure. Hier immer, der immerhin bei einem. Warum sieht alles so komisch aus? Wenn ich, wenn ich an diesen Block rantrete, sieht alles so, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Seht ihr, was ich meine? Dieses, wie nennt man das? Wie nennt man das? Disorted? Keine Ahnung, was das ist und was hier abgeht. Ich bin sehr verwirrt von allem. Ein Baum. Ja, ja, das sind die Bäume, an denen die Blöcke wachsen. Das kennt man ja. Scheiße auf den Kirschbaum bei mir im Garten. Ach, jetzt wird es trippy. Ja, wobei, wird es trippy? Kann? Warte mal, kann ich nicht? Wenn ich so nach oben gucke? Warte mal. Ach, hör mir auf. Guten Tag. Ich habe längst aufgegeben zu verstehen, ob ich gerade oben, unten, links oder rechts bin. Ich gehe einfach mal frech davon aus, dass es vielleicht schlau sein könnte, an diesem Baum zu gelangen. So. Ist hier noch was? Oh ja, tatsächlich. Warte mal. Wir müssen hier vorne und da vorne einmal so eine Frucht hinbringen. Also zumindest sind das Schalter. Kann aber auch hier reinlaufen. Wo komme ich dann hin? Was ist, wenn ich das komplett ignoriere? Ach so. Ach, easy. Okay. Na ja, dann. Da muss ich mir ja, also da muss ich mir den Kopf ja gar nicht zerbrechen. Dann ist ja easy. Dann schnappen wir uns hier so eine Frucht. Zaginkowski. Bitte sag mir, dass ich auf der anderen Seite auch so easy hochkomme. Oh, warte mal. Ich laufe runter. Moment. Komm mal trotzdem hier an? Aber ich bin doch... Das macht keinen Sinn. Ich bin hier hin und dann bin ich runtergelaufen. Und was? Was? Was passiert, wenn ich einfach im Kreis laufe? Lass mal gucken. Also jetzt bin ich wieder hier. Okay. Und wenn ich jetzt hier einfach runterlaufe, was passiert dann? Wait, what? Hätte ich... Hätte ich nicht da hinten ra... Jetzt tut mir... Jetzt tut mein Kopf auch langsam weh. Warte mal. Ich bin aber... Warte mal, warte mal, warte mal. Aber ich bin nicht mehr im selben Raum. Schaut mal, weil der ist weg. Oder habe ich außerdem den falschen genommen? Habe ich denselben genommen? Weil die andere Frucht ist noch da. Wenn ich die nochmal picke, die spawnen die alte. Ja, ich habe die hier genommen. Ich muss die hier nehmen. Ah. Okay. Ja, ja. Sieht gut aus. Okay. Okay, okay. Jetzt kann ich... Ah, ja. Jetzt kann ich da oben durch. Hallo, Daniel. Minion. Ach, du Scheiße. Geh mir hoch, geh mir runter. Spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, ne? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwo... Bevor ich jetzt unendlich lange in irgendeine Richtung laufe, es muss ja irgendeinen Hinweis geben, wo ich hin muss. Äh... anything? Da hinten ist eine Tür. Oder? Da gegenüber, also an der Decke. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit nach unten laufe, werde ich safe nirgendwo ankommen. Oh, jetzt ist es mir schlecht. Ähm... Ich will, warte mal, ich will im Prinzip da hinten landen, dass ich denn da an so eine Tür komme. Da vorne ist nämlich auch ein Knopf. Aber wie mache ich das? Ich muss ja im Prinzip machen, dass es jetzt hier kopfüber geht, ne? Wie mache ich das, dass ich es kopfüber mache? Ich müsste... Das ist von wo ich gekommen bin, right? Und jetzt gehe ich raus? Und dann gehe ich da hin? Okay, ich hab's. Hallo, Odro. Ich... Ich bin mir nicht sicher, Lumian, aber mein Wick hat hier auch funktioniert. Kann sein. Ah ja, okay. Ja, Odro, ihr, den Vergleich, vor allen Dingen wegen der Optik, habe ich vorhin auch schon gezogen. Hm? So, okay. Das heißt, ich kann diese Plattform solid machen, wenn ich die mit Energie befülle. Sure. Jetzt ist nur die Frage, ist es wirklich so einfach, wie ich... Das müsste ungefähr hier sein, oder? Ja. Weil der ist jetzt... Oh mein Gott, du musst ja richtig Punktlandung machen, damit der dann landet. Das sieht ja alles so aus wie ein Enddungeon Final Fantasy. Also, ich finde den, dass man in so eine Inundendlichkeit gucken kann, Vergleich, äh, von Aragans passend. Denn, wenn ich mir das hier so angucke, diese, diese Asher, wie nennt man das? Asher-eske Optik, ja? Die, die eine Destiny 2 Referenz ist durchaus angebracht. An der Stelle, Daniel, Odro, ne, denkt dran, es ist Schatzscheu, sie könnt auch mitvoten. Ich knall das heute jedem an den Kopf, der hier neu reinkommt. Und wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, was mich wundern würde, nach 10 Mal Chat Choice mittlerweile, dann könnt ihr ja mal ausgerechnet Choice in den Chat schreiben. So, ähm, und alle anderen natürlich auch. So, wait a minute. Also, ich brauch zwei Dinger. Und hier ist ein fucking Clockwork drin. das Spiel, nicht das Borderlands 2 DLC. Aber ich bin verwirrt. Was ist jetzt das Endgoal? Muss ich hier rein? Und auch neu, was ihr vielleicht bedenken solltet, ist, Platz 2 kommt immer in die nächste Umfrage mit rein. Platz 2 ist aktuell DuckTales. Das heißt, selbst wenn ihr der Meinung seid, oh, ich glaube, ich vote nicht mehr mit, weil Tiny Tina wird es ja sowieso schon falsch gedacht. Ihr könnt dafür voten, dass euer Favorit das in die nächste Umfrage reinschafft und nochmal eine zweite Chance bekommt. Bevor es dann nie wieder hier rein darf. So. Moment, was? Also, grundsätzlich würde ich jetzt gerne erstmal herausfinden, was ist jetzt eigentlich mein Ziel? Ich schätze, wenn ich durch diesen langen Tunnel durchgehe, komme ich sowieso nur hier wieder raus. Aber ich möchte diese Tür öffnen. So, wahrscheinlich. Ich denke, das ist der Ausgang. Muss ich hier rein? Kann ich da rein? Und ich habe da oben diese große Wand. Dafür brauche ich aber zwei Blöcke, um sie zu öffnen. Und da stellt sich jetzt primär doch erstmal die Frage, wo sind denn die Blöcke, mit denen ich hier arbeiten soll? Das ist ja das Problem. So, hier kann ich einen Block reinmachen, und da kann ich einen Block reinmachen. Die Frage ist, wo komme ich die her? Vielleicht von da hinten. Mal gucken. Das ist ja was anderes, als das hier in der Mitte, ne? Ja. Aber hier komme ich ja ohne weiteres auch nicht rein. Hier sind zumindest die Blöcke drin. Oh, I see. Ich mache Kopf... Ach nee, ich mache nicht Kopf über. Meine Idee war gerade, ich mache einfach Kopf über und dann fällt der ja... Ne? Aber das ist ja Quatsch. Die Blöcke bewegen sich ja nur, wenn ich auf der richtigen Seite stehe. Wie komme ich da rein? Ich muss da ja rein, um diese Tür überhaupt aufzubekommen, den Block hier rauszubekommen. Wie kann ich... Was kann ich von außen machen, damit der Block nicht mehr da drauf liegt? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Geh doch mal eine Etage höher. Warte mal, da vorne ist eine Tür mit Knopf. Oh! Äh, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott, jetzt bin ich wieder ganz unten, oder? Oh, leck mich. Drückt niemals aus in die Leertaste in diesem Spiel. Wie bin ich eigentlich hier reingekommen? Ich bin von ganz oben runtergefallen, oder? Ich habe sogar schon... Ich bin so verwirrt gerade. Ich habe sogar schon wieder vergessen, wie ich eigentlich in diesen Raum gekommen bin. Oh, guck mal hier. Hier sind Dinge, die... Ah ja, okay. Guck, 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 guck. Nein, warte mal. Ich bin doch genau über diesen Raum hier reingekommen, oder nicht? Nee, es ist ein anderer Raum. Wait a minute. Ich... Moment, ich bin so verwirrt gerade. Hier ist keine Frucht dran. Aber das hier ist nicht der Raum, von wo ich gekommen bin. Ganz bestimmt nicht. So, hier sind rote Früchte. Schön. Ich habe zwei rote Früchte. Die roten Früchte bringen mich hier vorne nicht weiter, weil ich brauche lila und ich brauche gelb-orange, ne? Damit ich das, was das hier ist, aufmachen kann, die Tür. Aber was ich machen könnte, vorausgesetzt, ich kriege die beiden roten hier raus, ist die halt mit rausnehmen. Das könnte theoretisch funktionieren. Die Frage ist, wie kriege ich die da raus? Weil, passiert irgendwas, wenn ich den hier ranhalte? Nee. Ähm... Wie bekomme ich... Ja, wie? Bekomme ich die überhaupt hier raus, ist die Frage. Weil die stehen ja jetzt da. Gott, ich bin so firm. Und an diesem Baum sind keine Früchte? Kannst du die Blöcke nur bewegen? Naja, du kannst... Ich kann die Blöcke nur bewegen, wenn ich auf der richtigen Ebene stehe. Das hier ist die rote Ebene, jetzt sind die roten Blöcke aktiv, ne? Das hier ist die gelbe Ebene, hier könnte ich jetzt gelbe Blöcke machen. Das hier... Ach nee, das ist die gelbe... Nee, das ist... Das ist die orangene Ebene. Jetzt bin ich auf der gelben Ebene. Jetzt wäre ich auf der lila Ebene. So. Moment, so. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Also, ich habe die roten und ich kriege die... Durchatmen. Wie kriege ich die hier raus? An dem lila Baum war oben, glaube ich, was, wo man eine frucht, rote Frucht dran machen kann. Ist das so? Oh! What? Ja... Ja? Oh! Nee, never mind! Hier sind meine Früchte. Die Früchte waren nur weiter oben da dran. Guck mal, das sind lila-orange Früchte. Das heißt... Na, guck's dir an! Das heißt, diese Früchte dürften basically auch korrespondieren, ne? Die dürften auf der orangenen Seite runterfallen und auf der lila Seite quasi hochfallen. Weil die sind jetzt... Also, ich vermute das jetzt. Die sind ja zweifarbig. Okay, okay. Okay, okay. Shit makes sense now. Shit makes sense. Gut. Lass mich den Shit überlegen hier. Ähm... So, hear me out. Dieser Block darf nicht runterfallen. Aber dieser Block muss auf die andere Seite. Das heißt, der Rote stabilisiert den. Aber wenn ich jetzt in die Richtung gehe, dürfte der Runterfall mit der lila Seite Richtung Boden. Geil. Und... Jetzt gehen wir an die Seite. Und alles hat funktioniert, oder? Oh mein Gott! Okay. Wo sind wir jetzt? Das ist wieder ein ganz neuer Ort. Kann das sein, dass das derselbe Raum ist, der sich die ganze Zeit... Nee, irgendwie nicht. Nicht ganz derselbe Raum. Ding, 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 dong. Hat der hier Früchte? Der hätte theoretisch gelbe Früchte. Das müssen wir uns mal merken. Oh, you are fucking shitting me. Give me a second. Ja, also ich habe tatsächlich eine gelbe Frucht hier. Ich habe nur keine Ahnung, wo die potenziell hin soll. Weil ich habe das Gefühl, den ganzen Weg, den ich gerade hergelaufen bin, gehe ich gerade wieder zurück. Hier war ich doch. Ja, das ist doch der Weg, den ich gerade hergelaufen bin. Nur... Rückwärts? Bin ich auf dem Kopf? Müsste ich eigentlich. Ja. Weil das ist die Tür, aus der ich gekommen bin, right? Ja, okay. Also, dass ich den Geld mir hergeschleppt habe, war ganz grober Unfug. Gut, dann laufen wir das halt nochmal. Ich habe dieses Spiel schon mal woanders gesehen. Aha! Ja, frisch. Aber ja, die Kopfraucherei ging eben gerade schon los. Ich habe literally beim allerersten richtigen Rätsel vorhin schon eine halbe Stunde gestruggelt. To be fair, seitdem läuft das ganz okay. Aber die erste richtige Kopfnuss, die gab es schon. Und die war wirklich nicht so schwer. Eigentlich. Okay, also ich weiß, hier ist ein Gelber, den ich mir holen kann. Ich lasse den Gelben jetzt erstmal Gelben sein. Und versuche erstmal herauszufinden, wo ich überhaupt hin soll mit diesem Gelben. Weil ich kann jetzt über diese Labyrinthwege hier laufen, alles schön und gut. Aber wenn ich jetzt darüber laufe, bin ich im Prinzip nur wieder hier. Aber, wenn ich nach oben gucke, bedeutet das ja, dass quasi unter diesem Turm... Aha! Da ist der gelbe Knopf. Okay, I got it. I think. Let's see. Also, der gelbe... Der gelbe Schalter ist im Prinzip genau unter mir. Auf der anderen Seite vom Boden. Das ist natürlich nur die Frage, wie ich da hinkomme. Das ist die Frage, die ich habe. Wenn ich jetzt den hier rausschmeiße... Ne, er müsste ja... Jetzt habe ich den Gelben hier. Aber bringt mir das irgendwas? Wo kommt der an, wenn ich den einfach runterschmeiße? Irgendwo ist er gelandet. Warte mal, wo ist denn der gelandet? Schwebt der da oben? So, wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ich weiß selber nicht mehr, wo ich bin. Okay, 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 okay. I did my thing. Das ist bescheuert. Oh mein Gott. Ich habe chronische Kopfschmerzen. Bitte macht, dass ich mich... Bitte macht, dass es aufhört. Das ist clever. Okay, ich muss den hier durchleiten. But how? Also, du machst was. Oh mein Gott, es ist eine Kugel. Okay, that's pretty easy. That's pretty easy. Da muss ich mir keine Gedanken machen, wo die Dinger hinfallen. Okay. Okay. So eine Sache, die man machen kann. Jetzt haben wir den hier offen. Aber lass mich raten, ich werde den Block hier noch irgendwie rauskriegen müssen. Es wird nicht nur einfach... Es wird nicht reichen, dass ich die Tür aufmache. Oh, ist es noch so einer. Ja. Ich muss hier wieder einen Strahl hinleiten, aber ich denke nicht von hier. Jetzt ist es mal gut gegessen. Was gibt es denn leckeres? Ah, ich habe doch gewusst, ich muss den roten da rauskriegen. Also, wie kriege ich den roten da raus? Achso, warte mal. Das ist eigentlich nicht so schwer. How about, ich nehme den roten einfach in der Hand und nehme ihn mit. Das ist wirklich nicht so kompliziert, Fuggeimer. Das ist wirklich nicht so schwer eigentlich. Okay. Jupp. Das ist okay, du bist hübsch. Diverse Leute, die mich auf der Straße am liebsten anspucken würden, würden gerne ein Gespräch mit dir führen. Wurstsalat mit Brot. Oh, ich hatte, ich habe doch so eine leichte Knoblauffahne deswegen. Aber gestern Abend, als es endlich abgekühlt ist, habe ich mir ein glorreiches Abendessen zusammengezimmert in Form von Tomatenreis, Gyros, Tzatziki und einem leckeren Salat. Und da blieb noch ein bisschen was übrig und da habe ich vorne noch mal gegessen. Einfach, einfach kurz in die Mikrowelle geschoben und das ganze Zimmer weht ein Hauch von Knoblauch. Alle freuen sich. So. Ja. Kann ich hier nichts machen an dem Ding? Das ist der Strahl. Ja. Muss ich, hätte ich, muss ich. Was willst du von mir spielen? Das ist auf jeden Fall der Apparillus mit dem Strahl. Da vorne. Aber jetzt bin ich einmal die große... Oh, warte. Hier ist eine riesige Röhre. Warte, warte, was? Moment, Moment, Moment. Irgendwie... Irgendwie ist es das hier gerade nicht. Aha. Aha, warte. Wait a minute. Wo will ich landen? Hier. So. Und jetzt habe ich ein Kugelding hier wieder. Aber in groß. Gut, ich will mich einmal in die Richtung drehen. Ne, will ich gar nicht. Ich möchte mich... Ich möchte mich... Ich möchte mich... Im Prinzip... Möchte ich mich kopfüber drehen. Right? Ne, will... Ne, doch, warte mal. Na klar. Ich will mich einmal... In die Richtung drehen. So. Und... Jetzt möchte ich mich einmal in diese Blickrichtung drehen. Jetzt möchte ich mich einmal in diese Blickrichtung drehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich finde schon einen Weg. Und zwar so. Das sollte nicht so schwer sein. Einmal so. Und jetzt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Die Kugel kam jetzt da vorne an, right? Ich würde jetzt eigentlich gerne herausfinden, was da vorne ist. Moment, warte mal. Der hat mir jetzt nur was aktiviert, wo ich einen Block reinstecken kann? Oh mein... Das ist orange, ne? Das... Oh mein Gott, okay. Ich muss einen orangenen... Hierher bringen. Damit der weiter durch die Röhre fallen kann. Weil noch ist dieses Röhrending nicht vorbei. Jetzt ist natürlich die große Quizfrage... Wo ich so einen orangenen... Ding herbekomme. So einen Block. Oh mein Gott. Hat irgendwer irgendwas gesehen? Hör mir auf. Wo bekomme ich den jetzt her? Ist das dann orangener? Ich bin so verwirrt. Warte mal. Ich will... Aber es muss ja nur orangener sein, ne? Und da ich auf der roten Ebene bin... Ich habe auch keine Ahnung, wo jetzt der Ball ist. Der ist safe wieder zurückgefallen. Der ist rot. Und vor allen Dingen ist das der rote, den ich für die Treppe benutzt habe, glaube ich. Da drinnen? Aber da war ich. Und vor allen Dingen ist das ja auch ein roter Baum. Weil das ist dieselbe Ebene wie die, auf der ich gerade stehe. Vielleicht sollte ich erstmal herausfinden, welche Ebene die orangene ist. Das ist gelb, wenn ich jetzt drehe. Das wäre lila, wenn ich drehe. Das wäre grün, wenn ich drehe. Das wäre orange, wenn ich drehe. Wait a second. Oh, warte mal. Das ist das erste Rätselkonstrukt, was ich hier vorn gemacht habe. Es scheint wohl für jede Farbe eins zu geben. Ist das so eine Art Hub, in dem ich bin? Ah, da ist orange. Glaube ich. Da ist orange. Komme ich da rüber? Ja. Okay, basically, wenn ich mich jetzt lang genug fallen lasse. So, orange. Neue Quizfrage. Wo ist denn... Wo ist denn der Ort, wo ich hin muss, mit orange? Das ist hier unten, oder? Okay, we're making progress. Heilige Mutter. So, jetzt kann der hier durchfallen. Tschüss. So. Möchte mich in Blickrichtung... ...drehen. Oh mein Gott. Kann ich... Pass auf. Funktioniert das? Das ist insane. Pass auf. Ich kann mich im Fall... ...einfach noch drehen lassen. Okay, das ist ein dicker Move. Jetzt hier wieder an. Das heißt, ich will in die Richtung drehen. Machen wir am besten über hier. Der wird nachher hier ankommen, irgendwo. Dann will ich mich in die Richtung drehen. Wo ist denn die Kugel jetzt? Where is the Kugel? Kugel? Ich muss irgendwo landen. Ich habe den Überblick verloren. Wo ist die Kugel? Die ist vorn hier durchgefallen, right? Und dann ist sie da hoch und... Ah, hier ist die Kugel. Da, 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 da. Da vorne. Not what I wanted, aber ist auch egal. Ich bin ja wieder da. Wenn ich es nicht schaffe, ist es nicht so schlimm, dass ich mich einfach... Lass mich überfallen. So, ich will... Und jetzt... Okay. Wo ist die... Wo ist die Kugel? Moment. Kugel? Kugel? Da ist die Kugel. Da, 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 da. Okay. Einmal noch. Okay. Einmal noch. We are doing things over here. We are doing things. Gut. Das scheint der Abschluss von dem Kapitel zu sein. Wir müssen jetzt wieder den Puls... Ah! Das ist der Endort dafür. Okay, wait a minute. Wir müssen ja eigentlich nur hier die Treppe hochlaufen, die ich eh schon vorbereitet habe, oder? Weil da, wo es pulsiert, da muss ich diesen Block... Oh, guck mal. Ich finde das Spiel super gut. Mir ist völlig bewusst, dass das möglicherweise ein schlechtes Spiel zum Chatten ist. Nein. Teile von euch haben es euch ja ausgesucht. Naja, passt das schon. Aber ich finde das mega clever. Aber ich stelle mir gerade vor, wie ich in der Position des Chats bin und versuchen würde, mir irgendwas zu erklären. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wie ich weiterkomme, stelle ich mir gerade vor, wie ich ihr bin und versuchen würde, im Chat irgendwas zu erklären. Und wie zur Hölle willst du im Chat irgendwas erklären in diesem Spiel? Wisst ihr, was ich meine? Wie willst du das erklären? Die Wörter existieren nicht, die du dafür brauchst. Alright. Das schien wohl das nächste Kapitel gewesen zu sein. Ach, Odro, alles gut. Noch komme ich ja gut zurecht. Dann scheint es ja wohl für jede Farbe ein eigenes Kapitel zu geben. Und wenn man von sechs Seiten ausgeht, haben wir sechs Farben? Ja, dann müssten wir ja sechs Kapitel haben. Pi mal Daumen. Dieses lange Röhrenrätsel eben gerade fand ich insane gut. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich fand es insane gut. Aber wisst ihr, was ich geil finde? Dieser Runterfall-Effekt, der ist einfach nur geil. Du könntest dich auch einfach eine halbe Stunde hier runter-eaten und einfach zugucken. Aber das wäre guter Content. Nächstes Areal-Effekt, der ist einfach nur geil. Nächstes Areal. Ach, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Okay. Sure. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, wo ich mit dem Blauen hin kann. Die Tür unter mir hatte ich ja abgeschlossen. Und hier hinten brauche ich zwei Blöcke. Ich pokere jetzt einfach darauf, dass ich bei der Tür gegenüber da reinkomme. Und das sieht auch ehrlich gesagt danach aus. Achso, ich kann ja auch sprinten, ne? Habe ich eventuell die letzten eineinhalb Stunden des Streams vergessen, dass ich sprinten kann? Möglicherweise. Ist auch wirklich egal, wo du hinguckst, ne? Every frame of wallpaper. Was ist das da drinne? Das ist neu. Oh nein, hör mir auf. Jetzt mach... Oh nein, hör mir auf. Und das Wasser fließt hier runter. Deswegen kommt es von da oben wieder an und bildet einen unendlichen Wasserfall. Sure? Warum soll ich hier einen Block... Wait, what? Ach, ich hab... Ich hab jetzt einen Block mehr zur Verfügung. Und ich kann die drehen? Warum sollte ich das wollen? Ach, hör mir auf. Ach, hör mir auf. Ach, hör mir auf. Der muss hier bleiben, ne? Ja, okay. Das ist so clever. Wo will ich denn hin? Die grundlegende Frage wäre, wo will ich denn hin mit dem Wasser? Will ich, dass das von da oben auf dieses Zahnrad fällt? Lass mich mal checken. Hier unten ist noch ein Baum. Zählt der noch zu meiner Welt? Ich hab hier unten noch mal zwei. Äh, ja. Ja, schön. Schön, schön. Was könnte... Wie könnte ich das denn machen, dass das Wasser... Ja, es wird wohl so sein, oder? Ich schätze mal, das Wasser muss hier von... Von oben macht ja keinen Sinn. Ach so, von der Seite. Warte mal. Ist ja offen. Bin ja dumm. Ich hab nicht gesehen, dass die Seite offen ist. Aha. Haben wir noch mehr Früchte? Nee. Okay, das heißt, wir haben vier Blöcke zur Verfügung. Ich würde sagen, ich führe ihn erstmal da rein. Das sieht schon mal gut aus. Dann hole ich mir den hier hinten noch. Der ist ja jetzt respawned, weil er aus dem anderen Baum gewachsen ist. So, let me check. Was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Bringt es was, wenn ich da Wasser rein prügele? Ich will mal schauen. Ich will nur mal gucken. Nee, ne? Nee, okay. Also, hier hab ich ein Wasserrad. Nice. Der macht aber... Oh. Was? Aber ich kann halt nur eins... Ich brauch einen zweiten Waterstream. Ich weiß nur nicht, woher. Reicht das, wenn ich den hier rauf setze? Oder muss der auch bewässert werden? Der muss auch bewässert werden. Okay. Das ist ein roter Baum. Ah, nee, ist auch noch grüner. Ich wollte gerade sagen. Nochmal... ...vier neue? Also, er geht hier rein. Wasserrad läuft. Sure. Ich gehe stark davon aus, dass das erste Rad das hier sein muss. Das Wasser wird ja jetzt hier runterlaufen und muss dementsprechend ja irgendwo hier landen. Und zwar hier. Lass mal gucken. Und von dort aus werde ich es weiterleiten müssen. Aha. Moment, wo bin ich? Moment, jetzt bin ich ja wieder hier. Hier war ich doch schon. So. Okay. Von wo... Von hier aus müsste ich das Wasser im Prinzip ja eigentlich hier wieder runterleiten. Right? Gut, ich schnapp mir eine Frucht. Ich denke, du denkst so kompliziert. Ne, warte mal, warte mal. Ich denke, du denkst so. Das macht aber auch keinen Unterschied, ne, weil das Wasser kommt jetzt nirgendwo an. Das Wasser ist jetzt basically ein unendlicher Wasserfall. Okay. Das ist Quatsch. Wer hat eigentlich für dieses Spiel gewartet? Wer war dafür verantwortlich? Ne, vorgestern. Ne, nicht vorgestern. Sonntag. Ihr quält mich hier heute ganz schön. Ich meine, wie kam ich jetzt wieder da an, wo ich hinwollte? Einfach nur hier runter, oder? Ne, warte mal. Ich bin gerade so verwirrt, wo ich überhaupt bin. Warte mal, jetzt bin ich wieder bei blau. Das ist Käse. Das ist Käse. Muss zurück zu grünen. Ach, wirklich? Danke. Ich habe die fast vergessen. So, die lassen wir. Ich glaube, den hier muss ich neu nehmen. Ja. So, what's, what's poppin'? Also, wenn das Wasser da hinten runterfließt, ist scheiße. Ich muss das Wasser auch hier vorne hinbekommen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich vier, vier neue Blöcke bekommen. Dass ich jetzt mit fünf Blöcken hier stehe. Aber was soll mir diese Menge an Blöcken bringen? Äh. Tja. Ist da nicht noch ein Wasserrad? Wo ist noch ein Wasserrad? Ne, es ist nicht. Es sind zwei, oder nicht? Hier ist eins. Da ist eins. Und das da oben ist das Ziel, wo es hin muss. Und hier müssen auch nur zwei ankommen. Ne, es sind nur zwei. Das sind zwei Wasserrader. Würde das Wasser hier vorne durchfließen? Achso, ja, würde das jetzt super easy. Es ist halt literally super easy. Die Frage ist, kann das Wasser bergauf fließen? Nee. Das Wasser kann nicht bergauf fließen, das heißt, wir müssen trotzdem eine Möglichkeit finden, wo das Wasser runter fließt. Und irgendwo auch wieder ankommt, dass ich es da weiterverwenden kann, wenn ich es hier runter leite. Dann bin ich irgendwo hier. Und wenn ich es hier runter leite, ist es übelster Käse. Ich weiß gar nicht, ob ich es so kompliziert denken muss. Das Problem ist, dass ich das Wasser hier halt nicht mehr hoch bekomme. Ich muss ja irgendwo eine Stelle geben. Aber kann ich es von hinten? Ich bin so dumm. Kann man so dumm sein. All die Leute, die Moneyful Garden gebootet und heute nicht da sind, haben, die freuen sich dran. Guck mal, ich brauche sogar gar nicht so viele Blöcke. Kann ich auch von der Seite hier rein? Nee, das Wasserrad funktioniert von der anderen Seite nur. Nur mal zum Testen. Doch, geht auch. Das war schon das ganze Kapitel? Das war fast mäßig kurz. Warte mal. Aber ich kann ja theoretisch direkt auf dem Ding auch drauf landen, ne? Maybe. Okay, das ist nicht das richtige Ding. Gruß an das Ding. Der Gedanke ist simpel. Das war tatsächlich schon alles. Das war das grüne Rätsel, glaube ich. Muss ich nur noch warten, bis die Laser hier wieder ankommt. Perfekt. Wo muss ich hin? Nach vorne. Das ist auch denkbar einfach. Das war das einfachste Level bisher. Von allen drei. Joink! Ich glaube, das war deswegen einfacher, weil diese Wassermechanik grundlegend nachvollziehbarer ist. Das ist so... Dieses Spiel ist ja deswegen manchmal so schwierig. Weil du dir so schlecht vorstellen kannst. Und das Wasser ist halt einfach, ja, visuell einfach besser wahrnehmbar, sozusagen. Schwierig zu erklären. Ihr wisst, was ich meine. Besser nachvollziehbar einfach. Weil du was vor deinen Augen hast, was passiert. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Als würde ich mit einer Person reden. Aber gut, basically, der Chat besteht aus zwei Personen. Also nicht so weit entfernt eigentlich. Äh... Joink! 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 Überlebendiger die Welt, ja, als würden wir einen Garten zum Leben erwecken. Stichwort Manifold Garden. Irre. Oh, hier ist noch eine grüne Frucht. Oh. Weiß nur nicht so richtig, wo ich damit hin soll. Was muss denn hier gemacht werden? Hier muss ja einfach nur ein blauer rein. Sind die grünen überhaupt wichtig gerade? Im Grunde. Im Grunde. Wo bin ich? Ist das Einzige, was passieren muss? Okay. Okay. Kann es sein, dass du auf dem Wasser laufen kannst? Nein? Versuch es mal. Ich schwöre, ich habe das vorhin probiert. Das ist literally das Erste, was ich gemacht habe vorhin. Aber vielleicht war ich auch nicht ganz richtig drauf oder so. Naja, dann macht das ja kind of Sinn. Weil... Moment. Denk einfacher. Ja, 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 ja. Thema Backseat-Gaming ist immer nicht erwünscht. Immer. Es sei denn, ich frage explizit. Ich bin gerade komplett verwirrt. So, warte mal. Alter, der kommt hier und dann fließt der da so lang. Ja, cool. So. Äh... Äh... Ich will ja eigentlich nur Wasser hier... Da, hier einfach... Ich will ja eigentlich nur eine Brücke hier rüber bauen. So. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Aber problematisch ist ja... Da fließt ja keine Wände hoch. Aber ich kann es ja auch nicht da hoch... Oh mein Gott, warte mal. Ich glaube, ich habe es gerade... Ich glaube, ich habe es gerade verstanden. Warte mal. Wie wäre es, wenn ich die Brücke... Einfach aus der anderen Richtung baue? Aber... Das ist eine Sache, die funktionieren könnte. Welchen muss ich jetzt nehmen? Ah, fuck. Ich habe den falschen genommen. Ist der andere wieder respawnt. Oh, heilige Mutter Maria, Alter. Aber das ist clever. Ich habe mich einfach nur wirklich sehr dumm angestellt. Ich habe ein Problem, was nicht existiert. Versuch zu reverse-engineeren. Äh... Kompletter Quatschkopf gewesen. Quatschkopf-Move. So... Okay. Wenn ich hier durchgucke... ... 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 Happen ... ... ... ... ... Das ist etwa ein unendlicher Raum, in dem man unendlich lang runterfallen kann? Geil Ich Gehe kurz pinkeln Denn ich war schon lange nicht mehr pinkeln Ich bin gleich wieder da In der Zwischenzeit könntet ihr mal noch ein bisschen voten Tiny Tina's Wonderlands ist vorne Ändert das, wenn ihr wollt Und wenn ihr Tiny Tina's Wonderlands auf Platz 1 gut findet Naja, dann schaut, was ihr auf Platz 2 bekommt Denn Platz 2 kommt in die nächste Umfrage So, bis gleich Jetzt bitte Und nicht oben Okay, let's go Ich gehe nur kurz kack Okay, let's go Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann ist easy. Easy. Oh mein Gott. Hier drinnen, wenn man so den Frame nimmt, kennt ihr dieses... Ich habe von diesem unendlichen Gemälde mit den Treppen schon ein paar Mal gesprochen. Wenn man diesen Frame hier nimmt, sieht das, zumindest in meiner Erinnerung, genauso aus wie dieses Bild. Wahrscheinlich sieht es nicht genauso aus, aber in meiner Erinnerung sieht es genauso aus. Okay, also das Wasser soll da rüber, right? Wo komme ich hier hin? Ah, okay. Das bedeutet, ich leite das da rein, führe es dann die Treppe runter. Wir haben quasi noch einen endlichen Wasser-Stream jetzt hier. Okay. 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 Mal sehen, was die nächste... Ja, die nächste Mechanik, die wahrscheinlich jetzt relevant wird, wird nur mal das Brückenbauen sein. Ich gehe davon aus, wenn wir gleich das nächste große Rätsel erreichen, dass das Brückenbauen... Oh, never mind. Hier oben ist schon wieder irgendwas Neues. Ich gehe davon aus, dass das Brückenbauen, dass das Brückenbauen, dass das Brückenbauen, dass das Brückenbauen ist. Hä? Habe ich die gerade umgefärbt? Oh... 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 Okay. Soviel zum Thema Brückenbauen. Soviel zum Thema Brückenbauen. Will ich da rüber? Oh... Oh... I guess... Moment. Wo will ich hin? Oh... Moment. Wo will ich hin? Warte mal. Ich bin hier reingekommen, ja? Okay. Will ich hier hin? Ach, da oben ist ein Durchgang. Den habe ich nicht gesehen. Hey, die Bodenfahme hat genau dieselbe Farbe wie mein T-Shirt. Ist das schon ein Cosplay? Ja, ne? Ihr seht mich hier. Ich habe heute extra mein Moneyful Garden Cosplay angezogen. Wenn ihr mich lange genug umfärbt, bin ich auch irgendwann blau. So. Äh, ja? Oh, warte mal. Okay. Das ist... Hier komme ich auf jeden Fall nicht von außen ran. Und da bin ich gekommen eben gerade, ne? Hier muss ich einen roten rein... ...bringen. Aber wo kriege ich einen roten her? Wait a second. Also hinter der Wand ist ein blauer. Komme ich aber nicht von hier aus ran. Das ist die Tür, durch die ich gekommen bin. Okay. Und da oben könnte ein blauer rein. Dafür müsste ich das Ding auf den Kopf stellen. Oder... ...an den hier vorne einen roten. Oh, warte mal. Hinter rot ist ein Durchgang. Oder? Hinter rot ist ein Durchgang. Ich brauche mir mal ins Bett. Oder ihr, ich ver... ...ich, äh... ...ich genehmige das. Wenn du mir folgende Frage beantworten kannst. Was ist eigentlich total cooles an diesem Wochenende? Und vor allem brauchen wir dann ein paar neue Leute auch mal im Chat hier auch langsam. Kling nach MCB. Äh. Dann würde ich doch mal darum bitten, ne? Discord entviewten. Und mal in den nächsten Stream-Channel gucken. Was will er von mir? Warte mal. Aber von hier bin ich gerade gekommen, oder? Ja. Moment. Können wir doch rüberlaufen? Ach, guck mal. Ich bin aber nur auf der falschen Ebene gelandet eben gerade. Dann, Odro, wünsche ich dir eine gute Nacht. Jetzt bist du... Jetzt weißt du ja Bescheid. Wait. Warte mal. Jetzt bin ich aber auch nur wieder hier. Wobei... Jetzt ist hier ein Baum... Ja, aber wie komme ich denn an den Blauen? Kann ich den aufmachen mit Rot? Nee. Hä? So, I mean. Da unten ist noch einer, aber das ist noch ein anderer, oder? Von der Level-Struktur hier bin ich gerade sehr verwirrt. Ich gehe mal geradeaus durch. Aber eigentlich müsste ich ja an derselbe Stelle rauskommen, wie... Ja, also halt nur gegenüber. Ja, ja. Genau. So, irgendwo hatte ich noch einen gesehen. Ja, da unten. Aber der... Aber ist der da unten auch versorgt? Das würde ja bedeuten... Warte mal. Das sind zwei verschiedene. Oh, hör mir auf. Lauf. Lauf ich runter, lauf ich hoch. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen wie Super Mario 64, die Treppe vor Bowser gerade. Womit so gesehen... Manifold Garden auch endlich mal wieder was mit Mario ist. Weshalb ich nicht verstehe, warum hier nur zwei Leute im Chat haben. Ach, du Scheiße. Ach, hör mir auf. Hallo, Denise. Ja, optisch... Optisch erinnert es sehr an... Anti-Chamber. Game-mechanisch gar nicht. Aber optisch habe ich auch schon gesagt. Mega-Anti-Chamber-Vibes. Ja, auch schon... Ich weiß gar nicht, weil ich das gespielt habe. Das muss auch schon über zehn Jahre her sein. Aha. Aha. Okay, okay, okay. Ich denke... Ich möchte den hier umfärben. Right? Und dann packe ich den hier vorne ran. Kann ich mir den gelben einfach neu picken? Theoretisch ja. Praktisch ist Quatsch. Oh! That's neat. Aber... Warte. Ich meine, das ist ja gut, dass der da jetzt drin ist. Aber ich habe einen roten... Also, das Ding ist... Ich habe ja nur zwei Steine. Ich nehme mir... Den erst mal mit. Okay. So. Ab jetzt... Ab jetzt brauche ich ja so gesehen den gelben nicht mehr, der hier drin ist. Der gelbe, der da drin ist, der ist im Prinzip ja jetzt egal, weil ich diese Treppe hier nicht mehr brauche. Das heißt, ich kann ihn rausnehmen. Aber... Er ist ja jetzt kein Roter mehr. Bedeutet... Wird der wieder rot, wenn ich ihn neu... Alles klar. Ich kann ihn zurücksetzen. Naja, dann ist easy. So, jetzt geht die Tür auf. Okay. Das heißt, wenn ich einen umgefärbten Block neu vom Baum nehme, erhält er seine ursprüngliche Farbe wieder. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Oh, hier haben wir eine Tür, zwei Türen, drei Türen, vier Türen, fünf Türen, sechs Türen, sieben Türen, acht Türen. Super. Oh, nein. Ich nehm Tür Nummer drei. Linky, nimmst du wirklich Tür Nummer drei? Ich kann dir auch diese drei Umschläge anbieten. In einem... Wisst ihr... Ich spreche jetzt für die alten Menschen hier. Ja? Denise und Linky werden das jetzt verstehen. Okay? Aber in einem früheren Leben wäre ich hier eine Jörg-Dreger gewesen. Das wäre, glaube ich, der beste Job des Lebens, Alter. Einfach geh aufs Ganze moderieren. Ich wünschte, ich hätte unlimited money. Und dass ich mein eigenes Geh aufs Ganze machen könnte. Wer ist Jörg-Dreger? Das ist der Moderator von der Geh aufs Ganze Show. Deniz, kennst du hundertprozentig? Tor eins, Tor zwei, Tor drei. Der Zonk. Welchen Umschlag hätten sie gern? Du kennst die Sendung. Hundertprozentig. Ich hätte gerne MrBeast Amounts of Money, um meine eigenen dummen Spiele-Shows zu machen. Beim MCB will ja immer keiner mitmachen, weil es da nicht wirklich was zu gewinnen gibt. War auch dieses Mal wieder ein Krampf, Kandidaten zu finden für Ende Juli. Ich bin so verwirrt. Will ich in dieses Ding hier rein? Warte mal. Warte mal. Ich... Einmal kurz Status Quo. Hier bin ich reingekommen. Einmal kurz Status Quo. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe Ist hier unten die drei Türen aufzumachen Da haben wir es doch Okay Wir haben keine gelbe Frucht hier dran Ah, wir haben Eine grün-gelbe Frucht Aber auch nur eine Haben wir wirklich keine zweite Hallo MrBeast, ich habe eine Frage an Sie Ey, habt ihr euch mal den MrBeast Gaming Channel angeguckt? Wisst ihr, was der da macht? Der macht effektiv Minecraft-Beef-Spiele Und zwar zehn Jahre nach uns Just saying Ich will nicht sagen, ich habe es erfunden Aber ich will sagen, ich habe es erfunden Wie viele Leute gucken es bei mir? 100? Vielleicht? Wie viele Leute gucken es bei ihm? 100 Millionen? Ich will mich nicht beschweren Aber ich will mich schon ein bisschen beschweren So Gut, also Das dürfte ja An und für sich Nicht so schwer sein So Dann fällt der jetzt runter Bonk Fantastisch Machen wir dasselbe einmal hier Und jetzt geht die Tür hier auf Womit wir hier angekommen wären Schön Okay Okay Wow Äh 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 Nee Ich habe das Gefühl Dass die sich einfach Komplett bewegen können Ja Ich wurde Oh mein Gott Oh nein Oh je Oh je Oh je Oh je Oh je Hallo JJ Oh je Oh je Oh je Oh je Oh je Oh nee Ich brauche einen grünen Na Okay Ah, oh nein, warte mal. Okay, I get it. Um. Zwei lila, ne? Okay. Und dann haben wir zwei gelb-grüne, ne? Okay, sure. Ach, super easy eigentlich. Super easy eigentlich. Wenn ich das gerade richtig verstehe, mega easy. Ja. Mega easy. Einer da. Einer da. Der ist hier schon gut, der fällt nämlich hier rauf. Den hier hin. Dann so machen, dass der jetzt nicht mehr runterfällt. Dann fällt der da rauf. Tür ist offen und raus hier. Oh. Günther Jauch, sag mir, wo sind meine Millionen, hä? Ein Minimum verdient hier gerade. So, lass mich raten. Hier ist bestimmt wieder irgendwo ein großer Piller, Mann. Was ist eigentlich los? Warum bist du heute so schlau? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Hab'n Lauf gerade. Das Arschloch-Rätsel, was mir richtig den Tag zerstören wird, ne? Das wird schon noch kommen. Wo? Moment. Will ich da vorne hin? Ich glaube ja. Aber. Das ist ein Ausgang, oder? Ne, ist ein Eingang. Schön, richtig. Hui. Richtig im Speedrun-Modus, ey. Seven-Cast-Rays ohne Star-Raut. Das andere stream ich jetzt nicht mehr. Ich donate 600 Euro und mach dann... Ich starte der Streaming-Karriere und komm nie wieder. Nenn mich bald Dark-Freak-Fuggenheimer. Okay, der Gelbe muss da. Dann haben wir zwei Grüne hier. Okay. Haben wir auf der anderen Seite auch noch ne Frucht? Tatsächlich nicht. Eigentlich machbar. Würde ich jetzt sagen. Interessant wird es, den Gelben da ranzubekommen. Aber da kriege ich auch noch hin. Ich saß neulich mit Kyoko bei einem Bier und wir haben beide überlegt, wie der Typ hieß. Die Frage ist, warum hattet ihr ein Bier und ich nicht? Achso. Möglicherweise, weil ich die letzten zwei Wochen in kompletten Existenzkrisenängsten gelebt habe. Stimmt. Vielleicht habe ich deswegen keine Lust auf Bier. Wie bekomme ich den Gelben hier jetzt runter? Beziehungsweise, wie bekomme ich den da drauf? Das ist die große Frage, die ich habe. Ich kann natürlich auch den da drauf packen. Aber das ist Quatsch. Das muss schon der hier sein. Aber mit dem hier kann ich jetzt noch arbeiten. Aber wenn ich jetzt den hier nutze, bringt mir auch nicht so viel. Actually gar nichts. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das? Schön und gut. Ich muss den halt aber... Ich bin mir nicht sicher, ob das die legitime Lösung war. Weil sie ein bisschen wonky wirkte. Aber it turned out good. It turned out good. Gut, gut. So, gibt es einen offensichtlichen Ort, wo ich den jetzt hinbringen muss? Ja, gibt es. Dann folgen wir der roten Linie einfach mal. Wo bin ich? Wo bin ich? Warte. Warte, wo bin ich? Moment. Oh, scheiße. Jetzt bin ich sehr verwirrt, wo ich bin und wo ich hin muss. Von wo kam denn der rote nochmal? Guck mal. Hier. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich zumindest erstmal meine rote Seite wieder. Ich bin erstmal wieder auf der roten Seite. Alles gut. Ähm. Ja. Und ich möchte da vorne rüber, right? Das ist alles ein Kopfschmerz. Puh. Alex BB. Oh, das scheint das Ende zu sein. Das ist gut. Dieses Mal kann ich all die hier aufmachen. Was haben wir hier unten? Da unten ist der Pickup nachher. Das ist jetzt wirklich nicht, was ich wollte. Stress. Manchmal muss man kurz nachdenken über Dinge hier. Dann bin ich wieder hier. Aber mit dem gelben Block. Den hatte ich eben gerade noch nicht. Ich sage, das ist Progress. Oh, nein. Ach, leck mich doch im Arsch. Ey, wirklich. Den kriege ich ja hier nie wieder raus. Scheiße. Scheiße. Ey, ich habe potenziell ein Problem gerade. Weil der Block... Scheiße. Der war ja ursprünglich mal hier, ne? Oh, fuck. Ich habe vielleicht ein Problem. Kann man das restarten? Ne. Es muss auch eine Möglichkeit geben, das wieder hinzukriegen. Ich glaube, das ist nämlich der. Das ist nämlich der hier. Von da unten. Die große Frage, die ich habe, ist aber... Wo genau ich diesen Block eigentlich hinbringen muss. Das ist so ein bisschen die Frage. Ja, der Block ist da unten auch nicht mehr zu sehen. Also der Block ist jetzt der hier. Okay. Einfach nur da oben rein mit der Quatsch. Es muss irgendwas Größeres geben, wo der hin muss. Das wäre ja jetzt kein Rätsel. Ja, ja. Das wäre ja kein Rätsel. Das ist ja auch der Endpunkt hier. Also mein Problem ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr... Dass ich jetzt nicht weiß, wie hier irgendein Rätsel funktioniert. Mein Problem ist vielmehr... Dass ich mal ganz grundsätzlich gerade gar nicht weiß, wo eigentlich der Punkt ist, wo ich hin soll. Warum ist die Tür nicht mehr... Egal. Was bringt es mir, wenn ich hier... Wo ist der Ort, wo dieser Block hin soll? You know? Ja, wo ich... Nee, Alter. Wo ich jetzt bin, ist kompletter Quatsch. Ich bin super aufgeschmissen. Weiß nicht. Das Problem ist nicht, dass ich das Rätsel nicht lösen kann. Das Problem ist, dass ich das Rätsel nicht sehe. Ich würde ja den Block gerne irgendwo hinbringen. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich sehe kein Connector dafür. Das Einzige, was ich machen kann, ist diese Wand an- und ausmachen. Status quo, als ich hingekommen bin, war der Block steht hier und die Wand ist an. Und ich muss den Block dahin bringen, weil wir ja jetzt hier am Ende sind. Das hier sind ja diese Endsachen. Ich muss den Block dahin bringen, von wo aus der Laser geschossen wird. Ist das das da vorne? Das finden wir jetzt heraus. Das hier ist der Laser. Und hier muss ein roter Block hin? Was? Wo soll ich mir denn den jetzt aus dem Arsch ziehen? Was? 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 Was ist das? Wir sind auch die Stärke. Oh. Was? Hat irgendwer besser aufgepasst als ich? Bitte sagt ja. Es muss doch. Also ich kann die Türen hier aufmachen. Da komme ich auch nur an bekannte Orte. Ich habe ja gesagt, das Arschloch-Rätsel kommt früher oder später. Ich glaube, hier ist es. Was soll ich tun? Post to do. Hier kommt nachher der Laser an. Das ist ja der nächste Schritt. Der nächste Schritt wird sein, sobald ich herausgefunden habe, wie das mit dem Laser ist, dass ich den hier nehme und da oben hinbringen muss. Das ist der nächste Schritt. Weil so enden die Kapitel immer. Ja. Ja. Wo war denn die Etage über den ganzen Türen? Ich bin sehr verwirrt gerade. Ich habe schon wieder völlig die Orientierung verloren. Ah ja, hier. Ich brauche einen Ort, wo ich diesen Block hinbringen kann. Ist dieser Block... Ist es zufällig hier irgendwo? Wie geht's? Da oben hoch. Warte mal. Da vorne, da wo ich hingucke, das ist die Antenne. Das ist der Laserstrahl, den ich brauche, um das zu machen, was ich gerade gesagt habe. Aber ich habe einen gelben Block. Selbst wenn ich mit dem gelben Block dahin käme, was ich nicht kann, würde mir der da nichts bringen. Aber das ist das einzige, womit ich gerade arbeiten kann. Und jetzt bin ich auf dieser Plattform hier oben drauf, weil ich dachte, hier geht eine Verbindung runter. Ich reiche hier gar nichts. Ich stehe mega auf dem Schlauch. Und jetzt wäre... Der Zeitpunkt ist besser zu wissen. Drei Stunden lang wussten es alle besser. Jetzt wäre your time to shine. Ich suche... Ich laufe hier einfach nur planlos gerade durch die Gegend. In der Hoffnung, irgendwas zu finden, was mir weiterhilft. Jetzt aber auch wieder... Jetzt bin ich wieder hier. Was bin ich denn damit? Ich sehe ja ganz grundsätzlich noch nicht mal den Ort, wo ich damit hin sollen würde, weißt du? Ich habe keine Ahnung, in welchem Kapitel ich bin. Ich bin im Kapitel... Ich glaube, das ist das vierte. Ich bin nicht sicher. Sag mal. Moment, wie komme ich... Ich habe ja jetzt im Grunde diese Tür hier zu. Und ich frage mich, ob es mir was bringt, wenn diese Tür hier zu ist. Weiß ich es nicht, aber... Probieren kann man das ja mal. Damit käme ich nur wieder hier rein. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass diese großen Blöcke irgendwas damit zu tun haben, aber... Guck mal, jetzt habe ich ja hier eine Verbindung zu stehen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Aber es ist halt auch Käse. Führt ja auch ins Nichts. Das ist, glaube ich, nicht relevant. Ah, guck mal. Ich weiß nicht, ob mich das weiterbringt, aber schaut mal in den anderen Kammern. Also hier war ich schon mal drinnen. Das ist nicht neu. Ich war hier halt drinnen. Aber ich kann jetzt die Kammern von außen noch öffnen. Ob mir das was bringt. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Warte mal Und bei grün Kann ich die von innen öffnen Moment Warte mal Moment Schaut mal Ich kann in die Es gibt ja diese Levelröhren Sag ich mal Und ich kann hier diese ganzen Türen noch Über Umwege auch aufmachen Und ich weiß nicht Mein Gedanke ist gerade Ob mir das vielleicht dabei hilft Wenn ich später den gelben Block habe Irgendwo hinzukommen Wo ich vorher nicht hinkommen konnte Versteht ihr was ich mein? Deswegen würde ich jetzt gerade erstmal versuchen Überall Die ganzen Orte zu finden Das hatte ich jetzt Rot, Gelb, Grün Da muss es ja für Blau Auch noch einen geben Ach für Blau habe ich schon offen alles Okay Gelb habe ich offen Grün Hatte ich Rot noch nicht offen? Weiß es gerade nicht Ja hier, 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 hier Da fehlen noch Türen Ich weiß nicht Ob das Zielführend ist Aber wir können mal gucken So Das sind die Roten Türen Und die kann ich nur von innen öffnen Ich meine doch erstmal noch das Dann habe ich zumindest Ich meine alle Türen geöffnet Ob mich das dann voranbringt Werden wir sehen Wait 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 So Pass auf Ich gehe erstmal nochmal hier rein Äh Was Ein Rätsel Warte mal Komm ich gar nicht durch mehr Und Ich habe irgendwas kaputt gemacht Ja Das Rätsel hier drinnen Funktioniert nicht mehr Ich weiß nicht wieso Ich habe mich hier One way One way Als gewünscht Ja Lumia Du kannst mir sehr gerne Einen Hinweis geben Weil ich stehe super Auf dem Schlauch Und ich sehe wirklich Gar kein Land hier gerade Huch Beim roten Baum Oben ein Block nehmen Und damit mal zur Antenne fallen Wo ist denn die Antenne nochmal jetzt Oh mein Gott Aber warum führt er mich dann zum gelben Ja Ja about Ich sehe es Ich sehe es nicht Ich sehe es wenn ich an einen Seben könnte ich nicht Ich sehe es sehr Ich sehe es Wenn ich Oh, leck mich am Arsch. Ich habe mich so darauf konzentriert, dass ich den gelben Block irgendwo hinbringen muss. Was halt Käse war, musste ich nicht. Ich war einfach schon bereit, die Antenne zu machen und ich habe es nicht realisiert. Oh, warte mal. Moment, ich muss da hochkommen, ohne dass ich den Raum bewege? Tatsächlich. Aber, das kann ich ja lösen. Glaube ich. War der Eingang nicht hier irgendwo? Ne, warte mal, weiter, ne? Oh, ein Glück. Boah, Lumian, ich hätte im Leben nicht daran gedacht, dass die Antenne der nächste Schritt ist. Da wäre ich im Leben, im Leben beim besten Willen, wäre ich da nicht drauf gekommen. Für mich war ganz klar, das Spiel hat mich zu diesem gelben Block geführt und das ist das nächste Puzzleteil, mit dem ich weitermachen muss. Das ist völlig random, woanders noch einen zweiten Weg gibt, parallel zu dem. Ne, das hatte ich nicht im Blick. Das hatte ich nicht im Blick. Das war's, das war's, das war's, das war's. Aber gut. Gut, hier, das Chapter. Geschafft. Hier war's, Fünfter. Noch zwei Kapitel, oder? Ja, irgendwie so. Ich, also, keine Ahnung. Zumindest gibt es sechs Level, soweit man das jetzt hier erkennen konnte in dem Spiel. Ob da noch was hinterherkommt und so, keine Ahnung. Ah, jetzt, okay. Ah, ja, 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 ja. Jetzt sind wir hier wieder und können den blauen aufmachen. Ich bin jetzt, ich bin nur in diesem Raum drin, ich bin jetzt schon wieder verwirrt. Und ich sehe dieses riesige Abstrukt, in dem wir uns hier befinden. Und ich denke mir nur so, ach, komm, hör doch auf. Komm, hör doch einfach, hör doch einfach auf. Hör doch bitte einfach auf. Und noch sehe ich auch nichts, was mich hier weiterbringt. Lass erstmal hochlaufen ein bisschen. Uh, 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 uh. Ja, oder wir laufen immer runter. Das geht natürlich optional auch. Also, das hier ist auf jeden Fall schon mal der Ort, wo wir nachher das Ding hinbringen müssen. Tja, wo will ich denn hin? Wo will ich hin, ist die Frage. Ich habe ein ganz ähnliches. Problem wie im letzten Level gerade. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo dieses Rätsel hier losgehen soll. Doch, vielleicht habe ich jetzt eine Ahnung. Ich glaube hier vorne. Ich glaube, ich habe es just in diesem Augenblick gesehen. Also, das Rätsel beginnt auf der roten Seite. So. Und da hinten haben wir ein lila. Okay. 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 Okay, ich kann einen grünen machen und ich kann einen blauen machen. Ich hätte den grünen machen sollen. Ich hoffe, das ist nicht ganz richtig. Das ist auch nicht ganz richtig. Warte mal. Nee, das bringt... Hä? Das ist auch nicht. das ist aber genauso abgepasst dass das nicht funktioniert vielleicht brauche ich doch den blauen das ist Ah. Untertitelung. BR 2018 Der blaue... 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 Dann wäre der grüne jetzt da... Der rote fällt immer Richtung der Stufen... Das heißt, wenn ich rot anmache... Scheiße, das war eigentlich gut... Hätte ich... Hätte ich das auch höher machen können... Wenn ich das richtiger gemacht hätte... Hätte der rote Block jetzt hier oben sein können... Schon, oder? Schon, oder? Und... 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 Richtiger Quatsch... Ich... 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 Nochmal auf anfangen... Ich... Wir haben hier... Ich... Es geht doch... Ich... 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 You know? Okay... Ähm... Bin ich jetzt... Irgendwo anders... Weil ich hab das Gefühl... Ich bin... Genau... Da... Wieder... wo ich eh schon war. Weil... Gut. Also, das ist ein Laser. Hierfür brauche ich... lila? Blau? Oh, mein Gott. Ich bin so infinite lost. Wo wäre denn das nächste Rätsel? Wo führt mich das Spiel überhaupt ins Nächstes hin? Das hier ist die Antenne, das ist klar. Aber ohne einen schätzungsweise lilanen Block... ...komme ich da sowieso nicht weiter. Meine Pizza ist immer noch nicht da. Du kannst in meinem Namen gerne Frechschulden einverlangen, gleich vom Pizzaboten. Ich müsste jetzt vor allen Dingen erstmal rausfinden... ...wo ich überhaupt weitermachen soll. Das ist nämlich der Raum, wo ich schon war. Es muss ja irgendwas geben, wo es jetzt weitergeht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir das Spiel gerade gut mitgeteilt hat... ...wo ich weiter soll. Da hinten ist noch so eine... Was geht denn mit dieser Box hier? Aha. 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 Okay. Ich habe was gefunden, wo wir weitermachen können. Gut. Ein gelber, noch ein gelber und der Plan ist es, einen roten und einen blauen jeweils hier vorne hinzustellen. Haben wir die noch mehr Möglichkeiten? Nö. Tex-Mex-Pfanne, ist das dieses Tiefkühlgericht mit den Kartoffel-Ecken und Bohnen und Rinder-Steak-Streifen und so? Schön von gut und günstig. Jo. Ballern. Okay. Also das Ding ist... ...das ist die blaue Seite. Das heißt, der fällt immer in die Richtung. Und der rote fällt immer... Also... ...blaue fallen immer in die Richtung. Rote fallen immer in die Richtung. Was basically bedeutet... ...das, wenn ich den hier hinsetze. Und dann mache ich den rot. Und dann tausche ich. Und dann packe ich den hier hin. Dann ist der schon mal richtig. Dann mache ich den blau. Dann gehe ich auf blau. Ich mache den da hin. Dann ist der richtig. Look at me. Smartest man in the universe. Ah! Und das sind die beiden Gliedernen für den Laser. Okay. Okay. We are doing things. We are doing things. Okay. 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 Was macht der andere da vorne? Wo? Okay. Ah, wir haben es. Wir haben es actually. Okay. Na guck mal einer. Schau. Das ging doch auf jeden Fall besser als vorher. Joink. Okay. Und der muss jetzt... Wohin? Das ist jetzt doof. Der Block ist da oben kleben geblieben. Na ja, dann schauen wir uns mal an, was da passiert, wenn ich den Block verliere. Wahrscheinlich werde ich zurückgesetzt. Ja, okay. Okay. Was sind jetzt die schnellen, was? Hallo? Da, da, da. Da, da wollen wir hin. Okay. Das war ein Glück nicht so nervig wie das Rätsel davor, aber vielleicht war ich einfach nur blind. Oder der Raum davor. Wir kommen gut voran. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr unten gevotet habt. Final Teethers Wonderlands sieht ganz weit vorne aus. Ist es auch. Ist aber nicht so schlimm, wie ihr denkt. Also das kann man easy noch holen, wenn man einfach gewillt ist mitzumachen. Ansonsten kämpft um Platz 2. Denn Platz 3 und 4 werden auf jeden Fall nicht geschlügt. Und Platz 2 kommt nochmal in die nächste Umftrage. Nicht mal, Kuratz. Nicht mal. Das würde ja bedeuten... Also du hättest recht, mit alles anderen Müllprozent hätte Kuratz. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja nun wirklich nicht so. So grob. Ne, auch nicht grob. Er ist wirklich weit entfernt davon. Muss ich dich berichtigen, leider. Ich mag Kleingeld. Wait a minute. Ein Schuss und kein zweiter Wunschschott. Wait a minute. Danke, Samuel. Wie komme ich da rüber? Musste ich was mitnehmen? Ach, ich bin ja auch ein Trottel. Ich bin gar kein Trottel. Hä, warte mal. Ist nicht normalerweise immer so ein Block in der Nähe, den ich mitnehmen muss? So, wenn wir hier mal hier durchgehen sollen. Warte mal. Bin so ein Affe, Alter. Jetzt gebracht. Naja, geht ja auch nicht darum, alleine zu wohnen. Ist ja hoffentlich... Ist ja immer ein Community-Effort. So. Aber man muss ja sogar oftmals den fucking kostenlosen Klick auf die Kanal-Punkte-Vortings muss man ja wirklich bis zum Tode aus euch rauskitzeln. Denn was fällt mir ein, was zu machen, wo man mitentscheiden kann? Ja, wirklich frech von mir. So. Und jetzt alle Mechaniken auf einmal. Ich befürchte es ja. Hoffentlich nicht. Also, wir haben Wasser. Und das Wasser, es heißt Leila. Es ist schöner, jünger, geiler. So, warte mal. Okay. Ähm. Ach, hör mir auf, Alter. Hör mir auf. Wo würde ich denn potenziell wollen, dass das Wasser hingeht? Wo sollte es landen, damit es für mich Sinn macht? Erst mal ein bisschen gucken. Als Brücke. Ja, 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 ja. Als Brücke. Aber... Wobei. Als Brücke. Not even sure. Denn eigentlich... Aber warte mal. Ich kann jetzt mal... Ich kann jetzt mal einen neuen Baum bauen. So. Womit wir jetzt schon mal... ...einen Block mehr hätten. So. Das Wasserrad... Ja. Auf der anderen Seite einer Schlucht, Lumian. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, wenn das Wasser eine Schlucht erreicht, ja? Was passiert dann? Du bist doch smart. So. Also gucken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass vielleicht in die Richtung es runterfließen lassen nicht so eine super verkehrte Idee ist, oder? Ja. Ja. Ja, doch. Das ist eine richtige Quatsch-Idee. Ja. Das ist eine richtige Quatsch-Idee. Aber kommt das hier runter. Und dann fließt es da runter. Und das bringt mir ehrlich gesagt auch schon wieder nix, ne? Könnte es... Wer ist hier? Ich will ja, dass das Wasser hier vorne ankommt. Oh. Warte mal. Im Prinzip würde es ja reichen... ...wenn das Wasser auf dieser Plattform landen würde. ...und von da aus denn da rein fließt. Ich glaube, ich will gar nicht, dass das Wasser direkt hier vorne landet, sondern ich will das Wasser da oben rauf bekommen. Die Frage ist, ist das überhaupt ein Ding, was möglich ist? Das wäre möglich. Ja. Der wäre es auch nicht. Der wäre es auch nicht. Ich kann Brücken bauen. Theoretisch. Wenn ich jetzt sagen würde, hier zack, hätte ich jetzt hier sowas, ne? Aber jetzt wird es richtig wild. Weil, nur weil ich es kann, würde ich noch nicht so weit gehen und sagen, dass das auch nötig ist. Weil noch wüsste ich nicht, wo sowas hinführen sollte. Tja. Tja. Machen wir einen da. Könnte das Wasser von da oben aus direkt hier drauf leiten? Das könnte helfen. Vielleicht. Weiß es nicht. Vielleicht. So. Dann wäre ich hier, ne? Na, das sind schon Sachen, die ich machen kann. Dann würde das Wasser hier drauf landen. Und dann könnte ich es hier reinleiten. Theoretisch. Ob das jetzt Sinn macht? Wasser, wenn ich das Wasser nicht hier umleite, sondern direkt, sagen wir mal hier. Das Wasser hier vorne. Würde mir aber in dem Sinne auch nichts bringen. Weil, es müsste ja eher, äh, so weit. Also auch, ist Quatsch. Hat jemand einen neuen Schlauch für mich? Ich glaube, ich stehe auf meinem. Ich bin tendenziell verwirrt von allem, gerade. Tja. Ich habe so gar keine Ahnung gerade, ne? Null. Null, null, null. Ich überlege, ob mir das Brückenbauen irgendwo weiterhelfen könnte, aber nee. Brückenbauen bringt das Wasser dahinten nicht rüber und mit einer gebauten Brücke kriege ich auch den Block nirgendwo mehr hin. Geht's auf die Schnelle, ne Frikadelle, ne Frikadelle, ne Frikadelle, ne Frikadelle, ne Frikadelle, 1, 2, 3. Endlich mal wieder was mit Tinas von der Leens. Ja, ich habe schon gesagt, also im schlimmsten Fall müssen wir das zusammenspielen. Du kennst es ja noch nicht im Gegensatz zu mir. Oh no, anyway, kannst du schon mal runterladen. Das sieht aus, als würde da heute nicht mehr viel passieren. Denn alle sind sehr motiviert mit zu wohnen. Ich bin verwirrt. Ich muss es mir auf Epic runterladen, kurz. Ich. Ich. Ich würde. Glaube ich einen Hinweis von Lumion nehmen, wenn er einen hat. Weil je länger ich hier drauf gucke. Und obwohl das Ziel sehr offensichtlich ist, desto weniger verstehe ich es. Falls Lumion nochmal einen Hinweis hat. Aber, ich wollte nicht nochmal runterfallen. Ja, wenigstens auf Platz 2 müsste One-Shot kommen, ne. Wenigstens auf Platz 2. Damit das in der nächsten Umfrage nochmal rankommt. Deswegen ist es ja heute nochmal drin. Weil es beim letzten Mal auf Platz 2 war. Wie viel Relevanz die letzte Umfrage besessen hat, das weiß man nicht. Weil es war nur sehr kurz. Aber. Was kann ich tun? Ich. Ich kriege den. Was ist, wenn ich den in die Richtung leite? Passiert dann irgendwas? Ne, dann kommt der einfach nur wieder hier raus, ne. Dann habe ich basically den unendlichen Wasserfall. Ja, das ist halt 3 Minuten lang witzig, ne. Also das wäre so ein klassischer für einen Stream, kann man das mal machen. Weil, nachdem du dann 18 Mal ein Pokémon zusammengefused hast und das lustig aussahst, hast du den Witz dann auch verstanden, ne. Ich sehe es nicht. Ich sehe hier keinen. Kam so schön durch eben gerade. Da kann ich ja den Nasslock draus machen, and who's paying for that? Okay. Das macht keinen Sinn. Komm ich irgendwie? Ne. Also ich werde, ich bin nach wie vor der Meinung, vielleicht macht es wirklich Sinn, dass ich von hier oben aus direkt umleite. Direkt hier runter, zack und dann da. Aber wie kriege ich einen roten Block da hoch? Wenn das die Lösung ist, wie kriege ich einen roten Block da hoch? Ich wüsste nicht, wie. Weil ich kann den Block ja nicht einfach mitnehmen hier. Ja, Lumian, auf jeden Fall, bitte. Ich habe das Gefühl, ich stehe hier gerade brutal auf der Stelle, die ich nicht ralle. Bevor jetzt... Ich habe gefühlt jede Möglichkeit doch abgewegt. Direkt nach dem Wasserfall nach rechts, also ist die, also mit einem roten Block da oben rauf. Richtig? Und von dort aus dann da runter. Richtig? Also mein Plan. Okay. Aber wie kriege ich einen scheiß roten Block da hoch? Den zweiten roten Block hier vorne rauf zu bekommen, sollte kein Problem werden. Aber wie kriege ich einen roten Block da hoch? Am unterem Ende von Wasserfall. Wait, what? Hier. Oder, oder hier. Ich bin so dumm. Es ist so einfach gewesen. Es ist so einfach gewesen. Ach, uff. Es ist so einfach gewesen, Mann. Ja. What now? Von hier bin ich gekommen. Da vorne Ist ein Tür-Ding. Hier vorne ist ein Durchgang. Okay. Einmal gelb und einmal blau. Sure. Dann können wir den ja erst mal hier hinpacken, ne? Okay. Und jetzt kann ich den blauen basically ja umleiten. Die Frage wäre, wohin und warum? Ja. Ja. Das wäre eine Brücke da rüber. Und der gelbe Block könnte da hin. Denke ich. Die Frage ist... åb. Komm schon. Ich bin da. Okay? Also grundsätzlich müsste ich jetzt mit dem gelben hier vorne da vorne hin Oh mein Gott, hier ist eine Treppe Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht Die Treppe brauche ich nicht Für die Treppe bin ich zu smart Puh, okay Meme, Türklingel kaputt Das ist schlecht Wie lange stand er vor deiner Haustür und wollte, dass die Pizza dass sie die Pizza entgegen nimmt Fünf Minuten, ach das geht ja Dann hat der ja trotzdem ewig gebraucht Okay Okay Erstmal gucken, wo das Rätselige überhaupt ist Das ist ja mal wieder die Herausforderung Turns out Die Antenne habe ich wohl gefunden Gehen wir rüber zur nächsten Ecke Ah, warte mal Da ist ein Baum Ah Ah Das war's schon? Das war der gesamte Bereich? Was? Das war's schon. Das war's schon. Ich hab den Block liegen lassen. Das war's schon. Das war's schon. Ich weiß nicht, ob's euch aufgefallen ist, aber so richtig rein... Oh, jetzt hab ich den Block wieder liegen lassen. So richtig rein komm ich da irgendwie nicht. Aber ich muss ihn ja noch nicht aufheben. Ich hab's in der Nähe der Antenneneingang, ja. Ja, das ist so weit richtig. Aber... Ich sehe... Ich sehe keine Möglichkeit, diesen Eingang aufzumachen. Es ist halt kein Knopf. Es ist halt kein Knopf, keine Linie, die weg geht. Keine offensichtlich, kein Wasserrad, kein Knopf, kein Knopf, kein Empfangsding für so einen Block. Ich sehe keinen Weg da aufzumachen. Es sei denn, diese Tür öffnet sich, wenn ich diesen anderen Block da in der Hand habe. Das wäre aber wirklich das erste Mal, dass sowas passiert. Aber du weißt, was? Aber du weißt, was? Let's try that shit. Let's try that shit. Wo ist denn die Tür? Wo ist denn die Tür? Und... Nothing. Also... Theoretisch... Also wir sind... Das hier ist ja dasselbe wie hier vorne. Und das, was da blinkt, blinkt ja auch da und da. Da müssen wir ja hin. Und das ist quasi auch direkt unter uns. Man... Also theoretisch, wenn man durch diese Tür durchkäme, einfach unter uns. Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Frag mich was Einfacheres. Einen Eingang von der Seite gibt es auf jeden Fall nicht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin der Seite. Für mich nicht. Wie geht's es. Ich werde hier nochmal ausdrucken, vielleicht war ich halt auch nur blind. Warte mal, das ist da drinnen, ne? Das ist der Raum mit den Wasserfällen von vorhin, ne? Ja, Matti kenne ich. Ich gestern Abend supergeilen Gyros gemacht. Gefühlt drei Bissen genommen, satt. Rest heute gegessen. Tja. Tja. Also, bevor ich den jetzt nochmal anfasse. Offensichtlich, Lumiad, ich frage mal so. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich einen Weg finden muss, diese Tür zu öffnen, bevor ich diesen Würfel aufhebe? Ich würde mir gerne einen Tipp geben lassen, aber einen, der mir nicht gleich die Lösung präsentiert, sondern mich vielleicht nur aufgrund meiner Nachfrage auf die richtige Route schickt. Also gibt es einen Weg rein, mit dem Würfel, ohne die Tür zu öffnen. Es gibt einen Weg rein, ohne den Würfel, äh, mit dem Würfel, meine ich, ohne die Tür zu öffnen. Es gibt einen anderen Weg. Tja. 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 aufgehoben haben. Und das hier drinnen ist der Raum mit der geilen Laserkreuzung. Und da bin ich doch auch irgendwo rausgekommen, oder nicht? Bin noch... So. Ja. Also, hier komme ich rein. Also, angenommen, ich komme mit dem Würfel hier rein, ja? Ist ja alles schön und gut. Wie komme ich da mit dem Würfel da hoch? Kann ich, während ich in dieser Würfel-Phase bin? Warte mal. Muss ich so einen Scheiß-Wasserstrahl hier rausleiten? Weil ich kann... Das Ding ist, ne? Ich kann halt nicht. Das geht nicht. Jetzt will ich die Perspektive wechseln. Ich muss jetzt so bleiben, wie ich bin. So. So. Also, ich sag mal so, das war schon mal scheiße. Oder war es das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist doch keine Scheiße. Warte mal. Vielleicht ist es doch keine Scheiße. Ich glaube, es ist doch keine Scheiße. Der Weg ist echt deutlich komplizierter als die anderen Level. Oh. Oh, okay. Wir haben es. Oh. Okay, also wenn wir laut diesem Hub ausgehen von vorhin, waren das jetzt im Grunde die Kapitel. Weil es waren sechs Farben, wir hatten sechs Kapitel. Das glaube ich noch nicht. Glaubt das noch nicht. Soll ich diesen Knopf drücken? Also es könnte sein, dass das Spiel vorbei ist jetzt, aber dann wäre ich wirklich deutlich unter How Long To Beat. Und How Long To Beat sagt was von fünf bis sechs Stunden, acht Stunden, wenn man Leisure spielt. Wir sind bei vier und ich war zwischendurch schon pinkeln und quatschen am Anfang. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Nee, das hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn es schon vorbei ist. Da wäre ich auch echt ein bisschen enttäuscht jetzt. Nichtsdestotrotz solltet ihr eure Wurzlos werden. So. Okay, also erstmal bauen wir einen neuen Baum. Erstmal bauen wir uns einen neuen Baum. Ich pflanze meinen Samen. Und da wächst gar nichts dran? Achso ja, da wächst deswegen gar nichts dran. Weil ich den Baum nutzen kann, um hier rüber zu springen. Shorefang. Denkt dran, ihr wollt auch, selbst wenn Platz eins weit vorne ist. Trotzdem noch für eure Lieblingssachen voten, denn... Platz zwei kommt in die nächste Umfrage. Bekommt auch mal eine zweite Chance. Während die anderen dann auch endgültig rausfliegen und erstmal nicht mehr. Gut. Haben wir auch mal. mal wieder... … … … … … … A whole lot of running. Oh nein, nicht schon wieder Wasserfälle. Warum schon wieder Wasser? Das ist gefühlt das, wo wir nicht am meisten Probleme haben. Die verdammte Wasserfälle. Also wir haben... Ne, ist es zwei verschiedene Wasserfälle? Ne, ist aber nur der eine. Okay. Ein Block. Zwei Block. Drei Block. Cool. Aber haben wir schon herausgefunden, wo der Scheiß hin muss? Ne, ne? Oh, warte mal. Doch, wir haben herausgefunden, wo der Scheiß hin muss. Guck mal, da hinten. Und dann geht diese große Tür auf. Okay, das ist also klar. Okay, also ich denke, es ist offensichtlich, dass das Wasser hier ankommen muss, damit es in die Richtung geht. Das würde bedeuten, dass von der Startplattform aus das Wasser nach rechts runter fließen. Sollte, was aber gar nicht so einfach ist. Sollte, was aber gar nicht so einfach ist. Könnte das Wasser hier runter fließen lassen? Was funktionieren würde? Okay, das sollte funktionieren. Joink! Nee, als ob. Echt jetzt? Ich war mir so sicher, dass es funktioniert. Warte, warum ist hier so ein dämliches Portal nach oben? Warum? Was ist das? Ach nee. Ihr wollt mich verarschen. Das Spiel will was von mir? Warte mal, wo... Das Portal muss doch in zwei Richtungen gehen. Wo komme ich raus, wenn ich hier reingehe? Ah-hah. 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 Nee. Warte, warte mal, hier ist ein Portal... Warte mal, ich kann... Das ist aber auch versteckt. Wenn ich hier reingehe, komme ich da oben wieder raus. Ach, warum macht... Die Portale, die vor allen Dingen so random versteckt sind, sind jetzt eine Mechanik, die es in meinen Augen nicht gebraucht hätte. Vor allen Dingen bin ich jetzt komplett verwirrt. Und jetzt stehe ich schon wieder hier und weiß gar nicht, was ich... Warte mal. Ich muss die Früchte doch mal neu ernten. Hier bitte. Dass ich einmal alles resette. So, Gameplan. Oh, Alter. Ich... Pass auf. Also, wenn ich... Das Wasser... Hier reingeleitet bekämen würde... Würde es ja da oben rauskommen. Das heißt, basically... Es fließt hier gerade runter. Zack. Fließt hier gerade weiter. Womit ich dann noch einen bräuchte, um es in die Richtung zu schubsen. Wie kann ich mit zwei Blöcken... Das Wasser... Das Wasser... Hier rein leiten. Das ist die Quizfrage. Könnt ihr jetzt mal mitdenken. So. Mit zwei Blöcken. Bei den anderen brauche ich noch. Es sei denn, hier ist irgendwo noch ein Baum versteckt, mit dem ich noch mehr Blöcke machen kann. Aber habe ich jetzt keinen gesehen. Nein. So. Die einzige Möglichkeit, die ich gerade hier habe, ist entweder das Wasser einfach runterfallen zu lassen... Oder es nach links weiter zu schieben. Wenn ich es nach links weiter schieben würde... Wäre das fucking egal, würde ich behaupten. Das Wasser kommt hier an. Das Wasser geht hier runter. Und kommt dann hier an. Und dann entsteht ja dieser unendliche Wasserfall hier. Ich könnte es von hier aus nach links leiten. Was, glaube ich, richtig Banane wäre. Könnte es nach rechts leiten. Womit ich... Hier hätte. Aber wo fließt das Wasser dann hin? Dann fließt es doch in die Wand rein. Das ist doch Quatsch, oder nicht? Das Thema hatten wir doch schon. So. Es kommt zumindest schon auf der richtigen Ecke an, ne? Also, zumindest kommt es auf dieser Plattform an. Aber damit kann ich natürlich nicht arbeiten. Von hier aus kriege ich es nicht weitergeleitet. Ziemlich sicher nicht. Vielleicht muss ich das aber auch gar nicht, weil ich total dämlich bin. Oh, okay. Gut, 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 gut. An die Kante da oben habe ich nicht gedacht. Man bewerfe mich mit Lobeshymnen. Danke für... Zwei. Lobeshymnen. Oh, nein. Okay, warte mal. Das loopt sich ja irre viel hier. Also, basically ist es ja nur ein ganz schmaler Gang dann, ne? Weil wenn es sich immer hier die ganze Zeit loopt... Okay. Hör mir auf. Äh. Jetzt machst du gerade jede Farbe nochmal durch. Ja, ich gehe... Das fühlt sich auch so an. So, als wären das jetzt nochmal sechs... ...Rätsel zu jeder Farbe eins. So als... ...last challenge or something. Hm. Okay, cool. Aber wo ich ja eigentlich hin möchte, ist... ...der hier. Oder nicht? Warte mal. Okay, ist kompletter Käse hier gerade. Oh, warte mal. Ach, das ist der... Hier muss der rote Final hin, für die Tür. Das ist wohl Endgoal. Wie bekomme ich den gelben da hin? Damit ich diese Brücke hier machen kann. Machen den gelben. Cool. Ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich sehe es. Aha. Das ist ein Fortschritt. Die Frage ist, bringt mich das dem Roten näher? Oh ja, okay. Raum abgeschlossen. Never mind. Das war einfach nur ein Perspektiven-Rätsel. Nicht so anstrengend, wie das davor. Joink. Guten Tag. Moment. Das ist immer so dasselbe Raum, oder? Ach nee, nicht schon wieder diese großen Würfel. Ich dachte, ich hätte schon hinter mich gebracht hier. Bin ich schon im Loop? Oder kommt hier vorne noch was Neues? Ich glaube, ich bin schon im Loop. Die großen waren nicht so schlimm, weil ich musste sie nicht wirklich bewegen. Jetzt ging einfach alles automatisch, vorausgesetzt ich bei dem Pfad gefolgt. Das Problem an dem Level vorne war, diese Antenne. Komm ich auch nochmal irgendwo an? Hallo? Komm hier auf. Ja. Oh. Hä? Müsste doch jetzt gleich der Scheiß hier kommen, oder nicht? Ja, das kloppt auch, oder? Hallo? Ah ja, da, 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 okay. So, so, what the fuck is my plan? Vielleicht nicht nochmal runterfallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Lumia, das gibt mehrere Walks, Full Game Walks auf YouTube. Also, so bin ich, das habe ich ja auch gegoogelt, um herauszufinden, wie lange das Spiel ist, damit ich Zeit einplanen kann. Ich habe leider noch keine Ahnung, was eigentlich das Ziel gerade ist. Hey, 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 hey. Okay, also, was ich schon mal geschafft habe, ist, dass ich das hier miteinander verbunden habe. Also, das habe ich schon mal hingekriegt, dass der Block jetzt hier richtig liegt. Vorausgesetzt, ich schiebe ihn nicht wieder falsch hin. Die große Quizfrage, die ich jetzt habe, ist, wo ist der Block, den ich hier reintun muss? Weil einen Block, den ich aussammeln und mitnehmen kann, habe ich hier leider noch nirgendwo gefunden. Tja, das ist natürlich jetzt auch wieder interessant. Man müsste ja meinen, dass das das Erste ist, was ich bekomme. Kann ich aus dem vorherigen Raum, wo ich hergekommen bin, so einen Block mitnehmen? Nee, das wäre ja auch Quatsch. Gehört ja vor allen Dingen auch nichts zusammen. Das ist ein getrennter Rätselabteil. Da wird es ja einen eigenen Block für geben. So, stellt sich natürlich wieder die Frage, wo ist der? Ich habe nämlich absolut nichts gesehen, was das angeht bisher. Ja. Any thoughts from the chat? Hier um die Etage hoch. Vielleicht ist weiter oben doch noch was, ich habe es noch nicht gesehen. Das Schlimmste, wenn ich weiter hochlaufe. Das Schlimmste, wenn ich weit genug hochlaufe, ist, dass ich wieder unten rauskomme. Aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass mir das irgendwie voranbringt. Vielleicht den großen Block komplett in eine Richtung fallen. Ja, aber why should I? Warum sollte ich? Der Block ist ja richtig. Ich brauche nur einen kleinen. Geht vor allen Dingen auch nicht. Es geht vor allen Dingen auch nicht. Ich bin jetzt an der Unterseite von dem Block. Das ist jetzt alles unter mir. Ich bin jetzt quasi kopfüber in dem Ding hier drin. Ich schaue gerade, ob ich irgendwas entdecke. Aber ehrlich gesagt... Nö. Jetzt bin ich an der großen Tür, nur umgedreht. Hallo, Xzufrozen. Hallo, Xzufrozen. Ja, ja, da hast du auch recht, Lumihan. Jetzt habe ich halt durch die Gravity den Scheiß hier wieder kaputt gemacht, ne? Das ist halt das, was ich jetzt effektiv bewirkt habe. Frozen Life for the Resub, denkt dran, du kannst auch mitvoten bei Chatchoice, ne? Nutzt eure Subs dafür. Vor allen Dingen dann, wenn ihr sie sowieso einlöst. Da könnt ihr auch genauso gleich mitvoten. Dass sich das nach 10 Staffeln noch keiner gemerkt hat. Dann kannst du aber nachträglich, weil es dir ja angespeichert wird, per Kanalpunkte nachtragen. Wir haben an alles gedacht. Wie so ein schlauer Mensch, wir haben an alles gedacht. So. Jetzt habe ich meinen Status Quo wieder hergestellt. Ich weiß trotzdem nicht. Also, ja. Wo ist der Block? Ich finde, das passiert erstaunlich oft in diesem Spiel. Dass nicht das Problem ist, dass ich ein Rätsel nicht löse. Weil das Rätsel habe ich ja ganz offensichtlich gerade gelöst. Sondern, dass irgendwo irgendwas rumliegt und ich weiß nicht wo. Kann doch jetzt nicht sein, dass ich nur von A nach B lurke die ganze Zeit und hoffe, dass ich mal random irgendwo irgendwas finde. Ich schätze, das wäre mir aufgefallen. Zumindest habe ich schon versucht, die ganze Zeit drauf zu achten. Da war doch gerade was. Oder war das nur so eine Grafik-Flickerei hier. Äh, doch, da ist doch was. Ach so. Oh, wow. Ja. Also, ja. Da ist was. Aber auch nicht so richtig. Weil, turns out, diese Säulen haben alle ab einem gewissen Punkt im Durchgang. Aber die jetzt hier nicht, oder was? Kannst du vorhin in die Tür fallen? Dann, also, weiß ich nicht. Aber dann wüsste ich nicht, was das Rätsel davor für eine Sinnhaftigkeit hätte. Aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieser rote Block hier einfach random irgendwo versteckt ist. Irgendwie, also, so Bauchgefühl sagt mir, das ist Quatsch. Jetzt hier den Säulen nachzugucken. Ja, Lumian. Spielename, Full Game, No Commentary. Also, da habe ich 10 gefunden. Also, wenn du wirklich nachgucken willst, ist es nicht so schwer. Das findet man. Nee, Mann. Hier ist nichts. Tja. Warte darauf, dass irgendwer schlauer ist als ich. Ansonsten habe ich vorhin bei dem Würfelpodest was gesehen, wenn man die Treppe nach oben geht und links schaut. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Leider. Zumindest sehe ich jetzt hier gerade nichts Auffälliges. Irgendwo war eine Wand mit einem Plus. Aber weißt du was? Ich laufe einfach mal. Auf Höhe des Würfelpodest. Also mit... Nur, um sicher zu gehen. Mit Würfelpodest. Meinst du schon hier, ne? Nur damit wir auf dem selben Zweig sitzen. Jo, okay. Wenn ich von hier aus nach links gucke. Da oben ist ein scheiß Baum. Geh mir nicht auf die Eier, Mann. Oh. Tada. Also ja. Aber da... Aber... Also... Ich glaube nicht, dass das... Das ist, was du gesehen hast, Free. Weil... Also... Plus ist... Also... Plus ist das ja nicht... Oh mein Gott. Alter. Auch nicht... Ich bin hier eine halbe Stunde in diesem Raum und komme nicht voran, ne? Falscher Ansatz, aber trotzdem... Aber trotzdem Lösung gefunden. Ist egal. Das hat ja jetzt auch... Ich meine... Das hat ja jetzt auch nichts mit Rätseln zu tun. Sondern... Hey, guck dich um und random irgendwo steht hier was, ne? Das Rätsel in diesem Raum hat dich instant gelöst. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das jetzt fehlende Hirnleistung war. Einfach so... Lol. Es steht random irgendwo rum. Mach die Augen auf, du fette Sau. So ist das. Oh, warte. Okay. Oh nein. Oh nein. Don't do that to me. Please. Please. Don't do that to me. Oh, ho, ho. Oh, Mann. Hey. Oh, der ist rot. Der macht rote und... Oh, der macht rote und blaue. Nee. Ich will nicht. Mama, bitte komm und löse dieses Rätsel. Ja, okay. Warte mal. What is the goal? Also, bevor ich jetzt hier versuche, irgendwas zu lösen... What is the goal? Wo muss ich... What is the goal? Ja, das ist, was ich wissen muss. Ich denke... Ja, okay. Look, 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 look. Ich muss einen blauen da unten reinkriegen... ...und einen roten da oben. Und das alles, während ich in dieser Box drinne bin. Okay. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal einen Anfang. Was ist, wenn ich mich hier runter jete? Fantastisch. Keine Ahnung, wo ich dann bin. Wo bin ich jetzt? Gehe ich gerade jetzt... Okay, ah, okay. Ja. Oh, Daddy. Die... Den normalen roten habe ich ja nicht mehr, ne? Das heißt, ich muss den einen... Warte mal, nee, der fällt da ja auch raus. Ach, komm. Ach, komm. Kann ich überhaupt das Wasser noch nutzen gerade? Ist das Wasser überhaupt relevant gerade? Nee, ist es nicht. Ich glaube, ich brauche das scheiß Wasser gar nicht. Das müsste doch eigentlich alles so funktionieren jetzt hier oder nicht? Naja, nicht ganz. Warte. Es müsste fast so funktionieren. Wenn ich das einfach so mache. Ich muss jetzt nur herausfinden... ...ungefähr so wird wohl passen. Warum... Warum geben die mir Wasser und 36 Boxen? Wenn ich literally straight up da durchrennen kann. Hä? Warum baust du so ein riesen Ding dahin, wenn das einfach keinerlei Relevanz besitzt? Das Wasser war literally nur dafür da, kurz den Baum zu pflanzen. Okay, wo komme ich hier weiter? Äh... Da oben komme ich weiter, glaube ich. Blonk? 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 Oh ne. Oh ne. Och ne. Oh ne. Oh ne. Okay, also ich muss Wasser hier reinbringen Ja, that's very interesting Wie viele Blöcke habe ich? Zwei, ne? Naja, einen werde ich brauchen, um es hier reinzuleiten Das heißt, ich habe effektiv nur einen zur Verfügung Ja, was will ich denn? Er ist grün und gelb, ne? Das heißt, ich kann ihn effektiv nur Boah, Junge, okay, warte mal Ich... Könnte ich... Das ist halt super, der Quatsch Das Wasser fließt und dann... Ich hätte das gar nicht Wofür der Lange? Geht der Lange runter bis unter die andere Plattform? Ja, okay Ich werde es also vom Langen runterfließen lassen müssen Wenn angenommen, das Wasser würde bei dem Langen hier hochgehen, ja? Dann würde es da runterfließen und ich glaube, dieser Lange guckt unter die weiße Plattform Das heißt, das würde hier runterfließen und dann quasi von hier wieder kommen und auf der Plattform landen Womit ich dann mit einem lilanen Ding das da umleiten könnte, wenn ich das richtig sehe Aber für mich sieht das danach aus, als wäre der Lange unter der Plattform So Jetzt ist natürlich nur die Frage Wie kriege ich das Wasser auf den Langen? Weil das Wasser kann ich hier nicht seitlich runter machen Das Wasser muss Hier runterlaufen Und wenn ich es da hochleite Irgendwie Also, das ist es Lass doch mal laufen, ey Du bist witzig Dafür muss ich erstmal auf lila kommen hier wieder Und sonst so, Chat? Wie ist das Feeling, die Tastatur nicht zu benutzen? Wird eure Hände entspannt? Warte mal, wie kann ich denn... Nee, jetzt habe ich es wieder komplett kaputt gemacht Das Level macht mich hier gerade völlig kaputt So So, warte mal Oh Leicht Muss das Wasser Ah 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 Bitte Oh, okay Aber Aber Wisst ihr, was mir dann sauer aufstoßt? Warum existiert dann überhaupt diese Plattform da oben? Die ist ja Literally nur zur Verwirrung da Ohne diese Plattform Wäre das Rätsel genau dasselbe Und Aber wenn du trotzdem Du denkst Mein Hirn Ich habe hier was abgeht Ja Ist auch ein schwieriges Spiel Zum nachträglich einsteigen Deswegen hatte ich extra alles ordentlich angekündigt vor Die war auch pumpt 18 Uhr da wall Und Puh, 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 puh. Ich krieg schon wieder das Kotzen, wenn ich das nur sehe. Können wir das bitte nicht tun? Oh, okay. Gut, ähm. Oh mein Gott, okay, das ist mir eindeutig zu trippy hier gerade alles. Was ist, wenn ich mich hier einfach runterstürze? Wo komme ich denn da raus? Ist das der Weg, den ich gerade... Warte mal. Das ist der Weg, den ich gerade gekommen bin? Ja, aber volle Kanone. Schön, dass ich nochmal zurücklaufe, wie so ein bescheuerter. Ah, guck mal, jetzt sind wir auch mittendrin. Oh, fuck me. Wo fange ich denn jetzt hier an, Alter? Brauchen wir uns mal einen erhöhten Punkt, um mir den Scheiß anzugucken. Was ist... Bevor ich hier anfange, irgendwas zu rätseln, was ist das Ziel von dem Raum? Weil bevor ich nicht weiß, was das Goal ist, brauche ich hier gar nicht anfangen, irgendwas zu machen. Wo ist der Endpunkt? Da in der Mitte wahrscheinlich. Brauche... Das ist ja alles. Also... Ne, warte mal. Ich musste erstmal in die Mitte. Ich habe drei Früchte. Okay. Also... Mit einer Frucht kann ich... Eine Wand machen und das Wasser stoppen. Cool. Außerdem kann ich... Diese Brücke machen. Cool. Jetzt ist die große Frage. Wo muss das Wasser hin? Ist das da hinten, das Wasserrad? Genau da in der Mitte, wo mein Cursor hin zeigt? Ich glaube, ja. Das heißt, ich muss die Dinger wieder irgendwie so platzieren. Dass das ein bisschen Sinn macht. Bad Calls. Gute Nacht. Dann gehe ich jetzt auch schlafen. Keck wie. Ein bisschen avons. Also geht es hin. Ich bin vielleicht frei. � – съ Hiç. Dann gehen wir wieder. Schlafen. Untertitel. Hier Voy. Ich bin咆 � Windows- reinforcement. Jetzt kann der schon mal fallen. Ich weiß nicht, ob mich das hier gerade wirklich weitergebracht hat. Nee, das ist es gar nicht gerade. Ich habe auch die komplette Orientierung verloren, wo zur Hölle? Wo ist denn der Lange? Wo ist denn jetzt der Lange hin? Jetzt sag mir nicht der... Hä? Ich will mal kurz confirm, wo das Wasser rein muss. Von welcher Seite? Komm hier nicht mal hoch. Das Wasser muss tatsächlich hier rein. Das heißt, ich muss eine Verbindung bauen. Und zwar von da nach hier. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das hier ist tendenziell gerade ätzend. Und eigentlich will ich ja auch nicht hier hoch. Eigentlich will ich da vorne hoch. Außer dem mag ich ja kein Mädel. Und dann muss ich das irgendwie von hier oben aus jetzt machen. Weil wenn ich keinen Überblick von hier oben aus habe, dann wird das hier sowieso nicht. So, Gameplan. Was mich verwirrt ist, dass der Lange nirgendwo zu sehen ist. Habe ich den einfach ins Valhalla gejeetet und der kommt nie wieder? Oder? Weil grundsätzlich hätte ich gesagt, der hier steht eigentlich schon ganz okay. Die. Der hat Grün. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hier anfangen soll, Mann. Wenn man jetzt halt auch mal sehen würde, was man hier macht. Ich finde dieses Rätsel auch einfach nicht gut. Ach, der Lange ist wieder da. Schön. Es muss doch einen besseren Ort geben als das hier. Hier. Guck mal. So, ist noch gut. Hier! So, Wasser kommt hier runter, kann es hier umleiten. Einer, zwei. Und was ich jetzt bräuchte, wäre der Lange, der noch hier verlängert. Aber wo ist der denn jetzt? Warum findet Fuki dich so geil? T3-Sub. Aha! Sub mal rein und sei dabei. T3-Sub. Da-da-da-da-da-da-da-da. T3-Sub. Bade. Da-da-da-da-da-da-da-da. T3-Sub. Schwabbel ab, ab, schwabbel ab, die da. T3-Sub. Da-da-da-da-da-da-da-da. T3-Sub. Ich muss jetzt nur noch umdrehen. Ich muss jetzt nur noch umdrehen und zwar schnell. Ich zapp jetzt. Maaann. Ja, ich danke dir für den 78. Eine riesige Welle von einer Person hat eine wunderschöne Hype-Welle für dich gemacht. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deiner riesigen Hype-Welle in Form von einer Person. Oh, ich hab ein Problem hier. Jetzt ist wieder alles kaputt. Jetzt ist wieder alles kaputt. Ich habe eine Wunderschöne Hype-Welle virtuelle quests. Du bist. Ich will auf die gelbe Seite, oder? Ich will auf die gelbe Seite, oder? Ich bin doch nicht davon überzeugt, dass das wirklich funktioniert. Zumindest setzt Musik ein. Kam es wirklich an? Oh, ein Glück. Oh mein Gott, ey. Das war Arbeit, das Rätsel. Das Problem ist nicht das Jonglieren. Das Problem ist, dass du beim Jonglieren im Prinzip nichts sehen kannst. Und du auf gut, also so im Kopf, weil du, in dem Augenblick, du musst ja zum Jonglieren dich bewegen und die Wände angucken. Und du siehst ja nicht, was passiert so schnell. Ich habe das gerade auf Gehör gemacht, indem ich höre, wann die Blöcke aufklatschen, wo ich denke, dass die das tun sollten. Hat ja auch irgendwie geklappt. Das war anstrengend. Das stimmt, muss ich Musik jetzt mal verteidigen. Was ist denn das schon wieder für eine Monsteranlage hier? Da vorne sehe ich Wasser und einen Baum. Können wir bitte keine Rätsel mehr mit Wasser machen? Ah, aber wisst ihr, was das ist? Das scheint das Ende zu sein hier. Dann würde ich jetzt an eurer Stelle lieber nochmal schnell eure letzten Votes machen, weil ich glaube, das hier könnte tatsächlich das Finale sein. War ja nicht da gerade irgendwo ein Baum, den ich gesehen habe? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eine Frucht, okay. Zwei neue Früchte, stabil. Ich denke, ich werde um alle vier Inseln rum müssen. Also vier Ecken in jeder Ecke, eine Insel. Das habe ich noch richtig gedacht. Wenn man mich alles täuscht, wenn ich hier runtergehe, geht es weiter, oder? Ja. Ja. Okay. Nehmen wir mal mit. Okay. Müsste ich jetzt nicht langsam einmal jeder Insel angekommen sein? Ja, uh, in三 so jetzt bin ich wieder hier und das ding kommt beim wasserfall an ist das wirklich das was ich machen muss ich weiß es nicht gibt es einen anderen weg wo das hin kann also es muss ja irgendeinen zielort für das wasser geben nicht wahr ich habe nur leider keine ahnung wo das sein soll schätzungsweise wird es ein masserrad sein irgendwo weil das bringt mir nix hier brauche ich erst den laser für von dem ich im übrigen auch nicht weiß wo der sein soll ich habe im prinzip jetzt den wasserfall gemacht der von an jeder insel einmal ankommt und im prinzip am startpunkt wieder rauskommt ob das jetzt richtig war keine ahnung ich habe leider nur keine ahnung was ich sonst machen soll hier gerade das ist aha das ist die antenne und das ist das wasserrad die frage ist wie bekomme ich wasser dahin das ist es Da war noch mal die Insel hier mit der Quelle Küchenquelle Oder? Wo ist denn die Quelle? Da wo ich meine zwei Blöcke habe stehen lassen Da vorne Aber jetzt hier zwei Blöcke zur Verfügung Die Frage ist, komme ich irgendwo Hallo Rianius Oh, warte mal Ich muss nur die richtige Stelle finden Muss gar nicht full circle gehen Ich muss gar nicht full circle gehen mit den Dingern Warte mal Wenn ich das richtig gesehen habe Ich hoffe, das habe ich Reicht es vollkommen aus Wenn ich von der Quelle Eine Station aus Noch mal zurückgehe Ich habe nur schon wieder vergessen An welcher scheiß Ecke die Quelle ist Weil alles gleich aussieht Eine Station zurück Und das auf halbem Weg da in die Mitte ableiten Und dann müsste der das In Dann müsste der das Da vorne quasi Da rein leiten Dann schnappen wir uns den Tun den hier hin Und dann hoffen wir aufs Beste Ja Ja Ich höre Geräusche Und der Laser Der Laser lasert Okay Alles klar Der Laser macht das Was er machen soll Alle freuen sich Nur kurz da rausfinden Wo der mich final hinführt Gerade Wahrscheinlich hier in die Mitte Ja Nope Warte mal Das ist der Endpunkt Wo ist der Wo ist der Startpunkt Wo muss ich die Knolle aufheben Da vorne Da hinten oder Ach man ey Könnte diese schwarze Grütze Mir nicht die ganze Zeit Ah Da 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 Ich glaube Ja Warte Aha Hoffe ich bin hier richtig Es dürfte jetzt unter mir sein Nee Ah Hier 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 Ne Warte mal Das ist die Antenne Warte mal Wo war jetzt das scheiß Ding Das ist irgendwo unter mir Der Baum Da 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 Ja Rianius Du kommst halt auch wirklich Im vermutlich letzten Rätsel des Spiels gerade Es ist wirklich schwierig das zu erklären Basically ist es ein Rätselspiel Was halt Ja Mit Perspektiven spielt Mit Unendlichkeit spielt Mit klassischen Bring in einem Block Irgendwo hin Rätseln spielt Leite Wasser um spielt Aber Also ich verstehe Dass man jetzt nichts versteht Wenn man reinkommt Es ist schwierig das jetzt Es ist schwierig das jetzt wieder zu geben Weil Manche Manche Mechaniken Sind Äh 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 Sind halt So abstrus Und ich denke Das was ich gerade abgeschlossen habe Dürfte das Ende gewesen Der letzte Rätselabteil gewesen sein Gucken wir mal Superschwieriges Spiel Zum mittendrin einsteigen Ich glaube Ich glaube Chat Wer es noch nicht getan hat Es wird Zeit Für eure letzten Boots Glaube ich Keine Tinas Wonderlands Liegt gerade vorne Das können wir sehr gerne tun Ist aber nicht Unmöglich Das noch zu stürzen Ansonsten Teil Was auf Platz 2 kommen könnte Ist noch sehr spannend Und ihr wisst Das machen wir ja jetzt so Deswegen ist ja One Shot Heute auch mit dabei Platz 2 Schafft es nochmal In die nächste Umfrage Als Second Chance Die anderen beiden Sachen Fliegen dann fürs Erste Auch wirklich erstmal raus Die kommen dann halt Wirklich erstmal Gut Würde ich immer die selten Sachen In der Rotation haben Also selbst wenn Platz 1 Vielleicht nicht mehr so easy Zu erreichen ist Wenn ihr als der anderen drei Spiele noch sehen wollt Dafür lohnt es sich Auf jeden Fall abzustimmen So Warte Du willst jetzt Ich hab grad nicht aufgepasst Welcher Weg aufgegangen ist Aber von hier bin ich doch Gekommen eben gerade Oder nicht Oder Bin mir nicht mal sicher Ob ich von hier Gerade gekommen bin Ja ich bin mir Ziemlich sicher Dass ich von hier Gerade gekommen bin Right Ja natürlich Ich musste nochmal kurz Confirm Wonderlands ist vor allen Dingen Echt kurz Also wirklich kurz Im Vergleich zu anderen Teilen der Serie Einziges Spiegellabyrinth Hier gerade Ja Ich schätze Was das Spiel Von mir möchte Ist dann wohl Dass wir das einfach Mal alles drehen Und Dann Die Wasserfälle Hoffentlich als Brücke Verwenden Können Oder auch nicht Ich hab mega reingeschissen Oder wir müssen Überhaupt nicht Wir müssen einfach nur Hier vorne reinspringen Und ich hab's nicht gesehen Bevor ich jetzt In diese unendliche Weite laufe Oh Wie Guck mal hier Ich glaube Dieser Raum ist das Ende Weil pass auf Ich kann hier drinnen Nicht mehr Die Gravity umstellen Hier draußen Warte Hier geht's noch Zack Und ich laufe an der Wand Zack Ich laufe an der Decke Ja Moment Wo war jetzt die Tür Ach hier Ja 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 Und er dreht dich Automatisch Richtig hier drinnen Äh Ich glaube Das ist wirklich Ende Gelände Hier Ich glaube Und er bin ich Ich glaube Ihróc Ich glaube Ich glaube Ich hoffe Untertitelung. BR 2018 Das wäre so lustig. Du klatschst auf dem Boden auf. Alles tot. Du siehst deinen linken Arm, wie der Knochen so rausguckt. Credits. Scheiß auf künstlerisches Ding. So, oh ja, deeper meaning. Nee, Alter, klatsch. Credits. Das wäre ein super lustiges Psycho-Epic. Ich glaube, es ist doch der LSD-Simulator. Boah, ich kann da gar nicht drauf gucken, aber ich konzentriere mich da jetzt drauf. Wenn ich gleich sammeln vorm PC zusammenfänge, wisst ihr, ich habe einen epileptischen. Ich hab. Ich bin mir nur die Schmerz-Sim. Ich bin mir nur der LSD-Sim. Ich bin mir nur der LSD-M. Es geht nur auf die LSD-M. Tch. Tch. Das ... ist die DMT-Experience. Es kann mir keiner erzählen, das hier einfach der Drogensimulator ist gerade. Wir sind von dem ... ... künstlerischem ... ... Ansatz ... ... in dieser Welt, wie das so aussieht wie diese... ... berühmten Escher-Gemälde, sind wir jetzt einfach zu Straight up... ... ich hab mir ein paar Teile geschmissen drüber gegangen. Naja, okay. Es setzt sogar da... Gleich gehen die Augen auf, wenn wir sind in irgendeinem Club drin und erwachen. Und man hört schon den Bass im Hintergrund, wenn der Bass fängt. Ich glaube, ist das doch einfach die DMT-Experience, Mann. Ich finde es gut, dass die Kanalspunkte sound wieder nicht funktionieren. Danke, liebes Tool. Shit, wie viel Geld muss ich dir bieten, damit wir da auch an der Lösung arbeiten. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass jedes Stream-Tool, was ich benutze, was nicht von Shit ist, einfach konstant nicht funktioniert. Beispiel Nummer 1 heute. Die Kanalpunkte. Ich habe keine Ahnung, was das Ende jetzt sollte, außer, dass das schön aussah. Ich finde, das, was das Ende gemacht hat, diesen Drogentrip am Ende, finde ich auch so krassen Stilbruch. Und irgendwie so unpassend zu dem, wie das Spiel sonst optisch aussah. Mal ein bisschen leiser machen. Aber es war ein gutes Rätselspiel. Bis auf das eine Rätsel. Wo ich so lange stuck war, wo Lubian helfen musste, das erste Mal. Das Rätsel kann man den Buckel runterrutschen. Das fand ich wack. Aber ansonsten... Na gut, dann würde ich sagen, bis 23.30 Uhr, punktgenau, habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, eure letzten Votes loszuwerden. Und genau um 23.30 Uhr schließe ich die Umfrage. Teil der Tinas Wonderlands ist es aktuell... Es braucht nur eine Person, die Bock hat. Und es könnte umgedreht werden. So groß. Die Zahl, die da steht, der Abstand und Prozent, die da steht, ist groß. Aber so viel steckt da gar nicht hinter. Also kann man umdrehen. Nur, dass es halt am Ende nicht wieder heißt, du hast da mal nicht Bescheid gesagt, wenn du die Umfrage ausmachst. Und zwar genau in drei Minuten mache ich sie aus. Und ansonsten Platz 2 übernehmen wir mit in die nächste Umfrage. Wahlbeteiligung ist bei 136%. Das heißt, das Spiel wird auch genommen. Das ist gut. Da seid ihr sogar 36% drüber. Gut. So. Darf ich die Credits überspringen? Nee, darf ich nicht? Oh, nettes Spiel. Wer hat denn dafür nochmal gebotet? Ich habe als einzige Person Bailey im Kopf, die dafür gebotet hat. Ich glaube, Bailey hat fast alleine dafür gebotet. Weil beim letzten Voting so drei Leute mitgemacht haben. Deswegen gibt es seit heute auch eine Wahlbeteiligung übrigens. Weil das mache ich nicht nochmal. Zum Thema Streamtools. Schauen wir nach und streamen bei Discord. Ich kann auch jetzt bei Discord gucken. Weil... Das gucke ich mir gleich mal an. Ich habe auch irgendeinen Angriff-Vorschläge genommen. Die anderen Vorschläge waren auch alle, okay. Das war ein gutes Spiel. Aber es ist ein sehr schwieriges Spiel im Nachhinein. Also, ich komme später dazu. Aber es war nett. Wie sieht denn das Achievement-technisch aus? Habt ihr das Gefühl, es ist ein Game für Easy Achievements? Lass ich mal gucken. Ich habe 21 von 25 Achievements. Was fehlt mir denn so? Schließe das Spiel ab, ohne einen einzigen Gottwürfel zu platzieren. Was ist denn ein Gottwürfel? Gottwürfel. Was? Hä? Ich überlege gerade. Was war denn ein Gottwürfel? Es gab normale Würfel. Und es gab die Würfel, die nach oben und unten können. Das sind die Wire-Mesh-Cubes Gesundheit? Wire-Mesh-Cubes? Hä? 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 Kannst du das auch übersetzen auf Dinge, die andere Leute verstehen können? Meinst du die zweifarbigen Cubes? Würfel, die nur Gitter waren und im Inneren noch was hatten? Hä? Egal. Du meinst den Würfel, den ich ganz am Ende von dem Level bekommen habe. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. So, es ist 23.30 Uhr, dann pausieren wir mal die Umfrage. Gut. Nächstes Chat-Choice ist dann Tiny Tina's Wonderlands. Habt ihr so bestimmt. Das wird bestimmt auch ein bisschen länger gehen. Und was ist auf Platz 2? DuckTales Remastered. Warum auch immer. Das kommt auf jeden Fall nochmal mit in die nächste Umfrage. Und dann brauchen wir noch drei neue Sachen für die nächste Umfrage. Aber diese drei neuen Sachen bestimmen wir dann zum Beginn des nächsten Chat-Choice. Das war neat. Kommt raus aus meinem Backlog. War gut genug, dass es in meine Evergreens reinkommt. Deinstalliert wird es jetzt trotzdem, denn ich habe es da durchgespielt. So. Schön. Schön, schön. Ja gut. Dann halb zwölf abends. Ich verabschiede mich für heute. Das waren nette fünfeinhalb Stunden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Der nächste normale Stream, also der nächste Stream ganz generell, ja. Der ist hier am kommenden Samstag mit meiner größten Never Ending Challenge, die ich bis dato vorbereitet habe. Eine NEC bestehend aus 100 Aufgaben. Alles handgepickt, alles getestet, alles in miniziöser Kleinarbeit die letzten vier, fünf Tage vorbereitet. Da floss mehr Arbeit rein, als ich zugeben möchte. Nehmt euch mal Zeit dafür. Geht Samstag 14 Uhr los. Und im nächsten Streams-Channel auf Discord könnt ihr auch nochmal nachlesen, was da abgeht. Und das nächste Chat-Choice ist dann Tiny Tinas. Und das ist dann halt danach irgendwann. Weiß ich nicht. Montag oder so. Halt nach der NEC, die diese Woche Samstag ist. Ist ja bald. Ist ja übermorgen schon. So. Guti. Ja, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, wir kriegen beim nächsten Mal den Chat ein bisschen mehr in Schwung. Heute bestand der Chat leider nur so aus zweieinhalb Leuten. Das fand ich immer ein bisschen traurig. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier wegen euch so. Vielleicht kriegen wir das ja mal wieder ein bisschen im Griff. Dass nicht alle nur am Schlafen sind immer. So. Ansonsten war es aber nett. War ein schönes Spiel. Wir sehen uns Samstag 14 Uhr. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Lust mit. Ist ein bisschen Arbeit vorher reingeflossen. Haben uns was Schönes überlegt. Ich denke, das wird nochmal ein schöner Stream Samstag. Ja. In diesem Sinne. Schlaf gut. Und bis Samstag. Bis. Habe ich hier auch ein Ende-Taste auf meinem? Ja, habe ich. Mega. Bis gleich. Nee, bis Sonntag. Tschüss. Ja. Ciao. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020